Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu dem neuesten, größten, krassesten Battle of the Leasers Event hier von Pete's Meat ausgetragen mit tollen Teilnehmenden. Wir haben Sebastian, wir haben Jay, wir haben Bram, wir haben Andi Knight, wir haben Nils, wir haben Writing Bull, wir haben Mike Stiefel, wir haben Maurice, wir haben Steinwallen. Viele, viele Leute, die sofort in Civilization sich gegenseitig auf die Fresse hauen werden. Auf einer großen Map, die sich einmal quer über die Welt zieht, gemacht von Eistrache. Vielen lieben Dank dafür, wir starten rein. Ich kann's nicht glauben, ey. Bitte geil, Typen. Tschüss, Chat. Tschüss, Chat, ich muss den Chat. Battle of the Leasers, hab ich Battle of the Leasers gesagt? Nein, Battle of the Leasers, hast du gesagt. Battle of the Leasers, jetzt geht's rein. Ihr unbedarften YouTube-Zuschauer wisst ja auch gar nicht, was wir hier alles erleiden. Von den ersten Anzeichen des Lebensgewassers bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid mal in der Auszeichnung ist alles perfekt gelaufen. Nun beginnt eure größte Aufgabe von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Gorgo, Königin von Sparta. Nein, ich hab mich bewegt. Oh Gott. Nein, ich hab mich bewegt. Ich muss erstmal checken, was meine Fraktion überhaupt kann. Ich hab mich bewegt, oh Mann. Das ist grundsätzlich richtig, ja. Okay. Das ist dumm. Eine Runde verschenkt, mein Freund. Oh, das ist ja krass. Die Vulkania, die hab ich lange nicht mehr gehabt. Sehr mega cool. Vulkania? Faszinierend. Das ist faszinierend. Okay. Gut, das kann ich mir auch später noch angucken. Oh mein Gott. Ich bin am Arsch. Ja, also irgendwelche, ich hab Vorteile, die werden... Du hast Vorteile? Ja, ich hab wirklich tatsächlich echte Vorteile. Das kann aber... Mal schauen, mal schauen, wie gut die sind. So, hier... Ho, 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 ho. Das ist eigentlich direkt hier. Hm, 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 hm. Okay. Ist das der normale Techbaum oder ist der irgendwie anders? Bewege ich mich? Das ist nicht normale Techbaum. Naja, wir spielen ja mit Balancing-Mods. Okay. Das heißt, da kann es zu Änderungen gekommen sein. Also vielleicht auch, wenn ihr jetzt denkt, oh, eure Zivilisation ist besonders stark oder besonders schwach, kann es sein, dass da Änderungen vorgenommen wurden, um das Balancing zu verbessern. Für die, ähm, Profi-Multi-Modeln. Also guckt euch das nochmal vielleicht... Das sind wir ja eindeutig. Genau an. Genau. Ich hoffe so sehr, die deutsche Übersetzung stimmt bei den Mods, dass ich nicht... Dass wir nicht irgendwelche uralte Texte lesen, die gar nicht... Mir ist alles portugiesisch. Nee, die stimmt teilweise nicht, nee. Ich würde euch, ähm, bitten, eure Hauptstadt nach eurem Namen zu benennen, damit wir, ähm, relativ schnell erkennen können, wer wo ist. Mhm. Aha. Mhm. So, so. Ich muss jetzt mal meine Stadt gründen, ne? Mhm. Achso, ja, sobald ihr eine habt, selbstverständlich, ne? Vielleicht habt ihr ja noch... Muss ich die anderen auch danach benennen? Nee, nur die Hauptstadt ist relevant. Manche machen das dann spaßeshalber und beleidigen sich gegenseitig, aber die Hauptstadt ist das Relevante. Bis dahin haben wir hoffentlich auch so ein bisschen gecheckt, sowohl der Chat als auch ich, wer ungefähr wo ist. Hm, hm. Jetzt verliebe ich mich jetzt noch dahin, um diesen Hügel mitzunehmen. Es wird zwei Züge kosten. Also es ist so doof, dass wir eine Landkarte haben, weil ich habe tatsächlich eine Ziff bekommen, die an der Küste besonders gut funktioniert und da ihre ganzen Vorteile hat. Also ich bin an der Küste. Okay, ich vergesse es jedes Mal. Ich habe auch eine Präum-Hafen-Stoss. Welche Ressourcen werden mitgenommen, welche Stadtgründe? Bonus oder Luxus? Luxus wird auf jeden Fall mitgenommen. Okay, aber Bonus nicht, ne? Gut, dann... Ach, guck mal. Oh, das kriegen wir ja... Das ist schon okay. Das ist schon okay. So, jetzt letzte Chance. Gleich geht es ja wieder... Da wird es ja richtig schnell... Da geht der Crazy-Timer los. Ja. Ja, irgendwie dauert das ja alle lange, bis die weiter hier drücken. Was ist das? Die müssen doch nur einmal auf Siedeln drücken, oder? Da meggert er schon. Und die Stadt benennen. Und vielleicht einmal kurz durchlesen, was eure Zivilisation kann. Nichts. Das verstehe ich sowieso nicht. Ich habe Marineeinheiten. Das ist mega. Bram, von 1 bis 10. Wie zufrieden bist du mit deiner Nation? Minus 1, Ping. Ja, ich gehe damit. Ach komm, ihr macht alle Understatement. Das glaube ich euch nicht. Okay, das wird jetzt, Leute... Weil Nils Friedrich Barbarossa hat, muss er jetzt nicht von oben herab über andere reden. Friedlich Barbarossa? Ja, das wäre schön. Das wäre ehrenvoll, Maurice, oder? Was ist jetzt eigentlich deine Beteiligung hier? Nils dein Text. Nils dein Text von deiner Nation. Komm. Ich habe tatsächlich eine Nation, die glaube ich von diesem Attribut, das ich nicht erwähnen darf. Welches war es noch? Welches Attribut? Das, äh... Jetzt kann ich ja nicht mal mehr den YouTube-Zuschauern diese Challenge näher bringen, ne? Irgendwer anders von euch muss den YouTube-Leuten erklären, was hier los ist und warum ich ein gewisses Wort nicht sagen darf. Maurice muss heute zum ersten Mal ehrenvoll spielen. Das hat er noch nie getan. Das wird eine Herausforderung. Das ist heute seine Challenge. Eine Lüge. Also, um genau zu sein, darf er den Begriff Ehre nicht benutzen? Weil sonst passiert was? Dann, äh... muss... Also, wenn ich verliere, muss ich tatsächlich zu Writing Bulls Religion konvertieren. Genau. Zum Wulismus. Auch in einem YouTube-Video kundig bin. Ja. Ähm... Wenn dagegen ich es schaffen sollte, dann muss der gute Writing Bull in einem Video von sich einen Monolog einbauen, warum ich den Ziv-Spieler von allen bin, der dieses Attribut am meisten besitzt. Von allen, die er je erlebt hat. Ja, man kann ja Synonyme finden. Also, Anstands Rechtschaffenheit. Maurice, du klingst immer auch nicht sehr gequält. Ja, es ist ganz schlimm. Also, aktuell traue ich mir noch zu, geistig liebenwertig zu sein, darauf zu achten. Ich weiß nicht, wie das wird, wenn wir später mal in der Moderne mit Timern sind. Ich fürchte doch, dass es passieren könnte. Und natürlich werdet ihr ja auch die verschiedensten Taten tun, die dieses Attribut schmerzlich vermissen lassen und mich nur provozieren zu völlig rechtschaffenem Zorn ob eurer Schurkerei. Welche Wort war das? Also, ich fände es ja schon lustig. Wenn wir alle unsere Städte nach Ehre benennen, dann wird es schwer für ihn. Das war ja mein Plan, ja. mein Plan direkt. Der Mann muss ja direkt. Weil er so schrecklich ist. Aber das ist alle machen. Das ist auch für uns ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Aber wir dürfen eure Ehre sagen. Ja. Ja, wir können eure Städte nicht mehr auseinanderhalten, wenn die alle gleich eins sind. Eben, ja. Oh, Großherrscher, Riding Bullets. Freut mich, Bekanntschaft machen zu dürfen. Wir haben ihn schon gefunden. Was? Was? Wow. Oh, das ging schnell. Andy und ich kenne uns schon. Was halten wir von einer Freundschaft? Äh, so früh schon im Spiel. Ja. Ja, wir kennen uns ja alle, danke schon. Ob der andere Opfer oder Täter hat. Nein, das ist mir viel zu früh. Also es ist irgendwie sehr lieb, aber... Ja, das ist so. Ach, was macht das denn? Andy hat aber auch keinen Bock drauf. Bebe, Andy hat auch keinen Bock drauf. Ich habe auch keinen Bock drauf. Da gehe ich halt mit ihm. Was machen wir? Oh, da habe ich ja auch schon jemanden getroffen. Ach. Ach, mein ehrenvoller Freund. Seid mir gegrüßt, guter Mann. Wie schön, euch hier zu sehen, nachdem ihr ja schon durch mich überhaupt ins Spiel erst kam. ist das natürlich für mich eine ganz besondere Freude, hier eure Bekanntschaft zu machen. Um nichts zu sagen, Ehren. Ja, ja. Oh! Ja, das Wort hat so viele Bedeutungen auch. Das ist ja schrecklich. So. Äh. Ja, fast alles erst mal, glaube ich. Hm. Gibt es Technologien, die das Wort im Namen haben in Civ? Überlegt gerade selbst. Ich denke. Es gibt Ritterlichkeit, was auch nochmal ein schönes Synonym ist. Das ist eine gute Technologie. Ja. Nun bleibt doch hier. Ja. In meinem Revier. Wir. Geh doch nicht weg. Gut. Gut, 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 gut. Ich bin unaufhaltsam. Aber ich meine, wenn wir uns jetzt schon sehen, nur mal so eine interessante Implikation, wir scheinen nicht so weit oder entfernt zu sein. Leute, ich habe einen ganz fiesen Bug. Ich kann nicht mehr einen Pantheon gründen, der ist beim Rundenwechsel. Ich habe die Punkte dafür. Es wird mir nicht mal angeboten, weil ich beim Rundenwechsel im Ausfallmenü war. Also weil du zu langsam warst. Jetzt wird es dann wieder angeboten. Ja, das ist aber auch fair, wenn du kein Pantheon kriegst. Für uns. Ja, ich meine, dann kann ich ja auch der Religion nicht beitreten, wenn sie nicht mal gegründet werden kann. Ich zeige mal meinen Zuschauern kurz vor uns geht. Es geht um den heiligen Bullen. Eret in Preiset in Susita aus. Ich hatte gerade eine Ikone des heiligen Bullen. In die Kamera. Eine güldene Ikone. Das ist die Gottheit, die unsere Writing Bull Committee verehrt und zu deren Füßen und im Nächsten auch Maurice im Stau bekniet. Wieso kannst du eigentlich schon einen Pantheon gründen? Das frage ich mich bei BB auch immer. Ständig kommt er mit Sachen an. Ja, ich kann hier schon... Und was? Hä? Das erste Labor steht schon. Ja, genau. Forschungssieg bald erreicht. Hä? Das hatten wir doch schon mal, oder? Ja. Und was passierte dann? Wer hat dich verraten, BB? Weißt du das noch? Nee. Keine Erinnerung. Nee. Du bist von uns allen, Nils. Nils, du bist von uns allen heute, finde ich, der best Gelaunte. Warum? Was hat sich heute in der ersten Tageshälfte ereignet? Oh, 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 oh. Das kann ich gar nicht erzählen, tatsächlich. Aber das ist ein Plaisir gewesen. Das kann ich hier nicht wiedergeben, ohne dass ihr in Charmesröte zu sehr glänzt. Das will ich nicht. Das wird von Neid erblassen. Aber mal im Ernst, empfindest du das so? Weil ich fühle mich extrem schlecht gelaunt. Nee. Also dann kannst du das, dann klingst du so, wenn du das überspielst. Weil du klingst wirklich extrem gut gelaunt. Ohne Scheiß. Das ist sehr interessant. Ich glaube, ich freue mich einfach, mit euch zusammen zu sein. Weil ihr einfach... Das ist toll. Oh. Es ist auch wirklich ein Stück wie Heimkommen. Wir haben das so oft schon gemacht. und auch diese Multiplayer-Fehler und Probleme zu beginnen, das gehört irgendwie dazu, finde ich. Also, wer hätte echt was gefehlt, ohne Scheiß? Ja, finde ich aber auch. Wie warst du schon? Schaden, Baba. Ich warte nicht. Wo willst du hin? Ah! Meine Freunde! Meine Freunde. Meine Freunde. Verpisst euch. Oh, eine charmante Begrüßung. Finde ich auch. Bitte, bitte. Aha! Ah, guck mal! Wer ist denn da? Mein Freund! Mein Freund! Der Sepp, der Sepp. Ihr habt ihr lieb. Ihr müsst ihr sagen, ihr habt ihr lieb. Wo kommen sie denn hier? Das klang aber an gequältes Herr. Hm? Ja! Und direkt mit dem Krieger. Du, aber wir sind doch Freunde, oder? Always. Hardcore. Yeah, 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 yeah. Always, Freunde. Hardcore. Gut. Was tue ich nun? Was mache ich jetzt? Was, 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 was wollen die von mir? Was, 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 was wollen die? Machen, machen. Ach, sowas. Da vielleicht. Da vielleicht? Ich kann den Chat nicht befragen. Boah, das ist so viel, was es hier in Änderungen gibt. Durch diese, diese Mods, ne? Die ganzen Automatik. Ich fühle mich viel schwerfälliger als sonst bei Beginn eines Multiplayer-Matches. All diese vielen Änderungen, die es, die es drin gibt und das, und dazu kommen, und ich habe das hier erwischt, um ein bisschen jammern zuzuwollen, die relativ spät eingeführt ist mit irgendeinem der, der, der Ergänzungen und die sind potenziell, ähm, sehr cool und gut zu spielen, aber da muss man total viel Gehirnschmalz reinstecken. Ich bin Schalker, ich muss, ich muss jetzt auf die Tabelle gucken, um zu gucken, ob wir drinbleiben. Das ist auch so, ich hätte jetzt gerade ein Popa begangen und, äh, das Wort mit geizig dahinter erwähnt, weil ich es nicht als in der gleichen Wortfamilie eingeordnet habe. Ich glaube, ich hätte dann verloren gehabt, weil ich euch so bezeichnen sollte. Kann das sein, dass deine, ähm, deine Konzentration extrem flirten geht? Ja, voll. Das finde ich auch echt eine super anstrengende Challenge, die du hast. Oh nein! Scheiße. Ist es im Real Life auch so, dass du dein, dein ständiges Denken und Fühlen immer um den Begriff der Ehre sich dreht? Natürlich, das ist mein, mein Nordstern, der mich im Leben leitet. Mein Nordstern? Ein Stern. Alles, alles richte ich danach aus. Deine. Achso, Vorsicht, Gamer, ich kann zu gut singen. Ich bin schon mal Poppeter mit dem Gesamtpunkt. Was kann denn die Gamer dafür? Stark. Ja, eure Streams werden geclaimed. Hm. Das ist Grund meines Gesangs. Aber Peter, bin ich auf dem eigenen Kontinent oder so? Abhaut. Damit denn? So, alles klar. Was hattest du gefragt? Wann ging die Frage an mich, Mike? Ich bin auch auf dem eigenen Kontinent spinn. Kannst du gerne beantworten? Ähm, musst du selber ausfinden. Hei ist einfach so eine eigene Dinsel. Das ist genau für eine Frage, dass jetzt hier einfach... Ich darf Peter alles fragen. Das stimmt, das stimmt. Peter, was macht denn Steinwallen gerade? Ähm, musst du selber ausfinden. Man, Peter, mit welcher Katastrophenwahrscheinlichkeit spielen wir? Mit Standard, mit 2? Standard 2, korrekt. Peter, was ist der Sinn des Lebens? 42. Das ist eine sehr gute Antwort. Jetzt ist der abgehauen der Pisser. Das ist ja echt das Mieseste, was ich erlebt habe. Das ist der Wahnsinn. Das ist ein Pisser. Aber das fand ich jetzt nicht in Ordnung, dass du sowas gesagt hast. So, so, so. Wo gehe ich denn mal hin? Au, Marc. Wahrscheinlich bin ich in irgendeiner falschen Lobby gejoint. Hat das eine eigene Mette. Oh mein Gott, das kann so was abonnen. Das ist einige Player einfach. Deswegen bin ich euer Erster. Ja. Wie ungünstig. Da wäre gut. Wie nenne ich denn? Was auch extrem ungewohnt ist, dass wir mit diesen Mod spielen, wo wir diese extrem vielen guten Ressourcen zu Beginn haben. Alter, ich habe mal gar keine Mängelverwaltung. Man badet in Ressourcen in der Startstadt. Eigentlich ein sehr cooles Gefühl, aber total ungewohnt irgendwie. Ja, das ist um den Start ein bisschen zu erleichtern, damit ihr Leute nicht direkt am Anfang komplett den Glauben an allen verlieren, sondern man soll erstmal okay ausgestattet sein. Wo seid ihr? Moris, du schießt, du hast noch die Map offen. In welcher Richtung muss ich laufen? Ich weiß nicht mal, wo du bist, tatsächlich. Deswegen... Genierend, äh... Und Peter antwortet uns ja nicht. Ja, schlimm. Ich murmel mich hier die ganze Zeit um so ein Gebirge drumherum, ey. Das ist doch nice, wenn du umgeben bist von Gebirge. Hey, bist du Ramm am Start? Börge. Oh, what? Ahem. Ich habe ganz schön vier Barbaren. Ja, cool. Mich haben sie jetzt auch entfällt. Nicht mal die habe ich. Drei Barbarenkrieger auf einmal. Alter, was geht denn hier ab? Drei? Ich fürchte, es muss aufgerüstet werden. Warnt mir. Drei kommen in die Held. Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, Hölle. So, weiter geht's. Oh, irgendwas Neues. Glock, 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 Glock. Es ist ja auch noch ein Vulkan ausgeworfen, hat man ein Scout. Ein Trauerspiel. Der doch eigentlich nur den Barbaren entgegentreten wollte. Ah, aber es ist ein ehrenvoller Tod, oder? Ich, also, weiß ich doch nicht mal, von einem Vulkan verschüttet zu werden, hat, glaube ich, wenig moralische Implikationen. Aber du kannst die Story auch anders erzählen. Haha, ja. Er warf sich ins Flammenmeer, um für uns Erkenntnisse über die Barbaren zu finden. Welch Held? Also, falls der verstorbene Scout zum Beispiel ein bekennender Buddhist wäre, würde er anschließend für einen Vulkan ja wiedergeboren werden. Für was? Fürs Helfen bei dem Barbarenlager. Ja, always, Alter. Was ich da habe neben dir. Aber das fand ich ehrlich gesagt richtig dreistes Abstauben. Warte mal, Jens. Was ist das bei Nils? Hä? Wir haben doch gut zusammengearbeitet gerade. Ja, aber du hast dir das geschnappt, das Ding. Ich wusste ja nicht, dass du da neben mir bist. Weil wir jetzt mit dir jetzt gerade zusammenarbeiten. Ja, aber ich fand es auch schade, dass das so auf die Art und Weise so. Ich fand das toll, dass wir da so schön zusammengearbeitet haben. Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Ja. 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 War gut. Ich hätte es auch so gesagt, ja. Oh, ihr gammeligen Barbaren. So viel zu tun. Ihr denkt, ihr könnt mir hier blöd kommen? Ja, warte mal. Wahrscheinlich können sie das auch. Zu viel zu tun. Die Zeit ist erbarmungslos. Ja, wirklich. Wie lange geht denn das noch? Neun Runden noch bis... Oh. Ich habe Barbaren gehört, aber ich sehe sie nicht. Ich mach die Galle voll platt. Why is that so... Beautiful. Oh, 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 geil. Leider geil. Hm, hm, hm. Ähm. Kacke. Was sind noch mal Pastures? Äh, Weiden. Weide, Weide. Eine Weide. Kommt auch zu dir. Weiden. Zum Weiden, Weiden. Und I don't know. Möchte ich das? Ungünstiger Barbaren-Trupp hier. Habe ich zu viel? Meine Güte. Was heißt denn errichtende Weide? Ist ja nicht schön. Keine Ahnung. Oh, das wäre natürlich auch nicht schlecht, aber... Du warst auch ganz gut mit Barbaren grad zu kämpfen, Steinwallen oder... Ja, unglaublich, was hier los ist. Wir haben keinen einzigen getroffen. Andi halt, oder? Das ist eine Lüge. Fuck. Andi ist kein Barbaren. Andi ist ein sehr zivilisierter Mensch. Ach, dieses Zeitling. Ja. Alter, wie sind jetzt auch noch hier gespawnt? Das kann ja nicht sein. Oh. Ja, ich... Auf einmal haben die Barbaren hier Horden an Reitern gespawnt. Das ist so unangenehm, ey. Das ist ein Problem. Außer aus jedem Match finde ich dieses nur Tuf und er hat das echt ins Szenen. Aber es gibt ja Möglichkeiten, die Erden vorzuhandeln. Ja, im Gegensatz zu ihnen, die Hinterriffs, meine Bogenschützen, attackiert haben. Aber immerhin ist der Stadtstaat von Samarkand an meiner Seite und wird hier auch von den Barbaren überrascht. Sehr cool, weil man sich auf die Ehre seiner Verbündeten verlassen kann. Ja, Verbündete ist ein großes Wort. Mal schauen. Und der Stadtstaat Cardiff eiert hier auch so rum. Wie hast du es geschafft, diesen... Großer Sepp. Auf, den Pantheon da wieder auszuwählen, den Stadt. Der wurde mir nach zwei Runden wieder angeboten. Ah, okay. Ey, das Problem habe ich gerade auch irgendwie, warum auch immer. Ich konnte mich nicht entscheiden. Naja, bei dir auch so. Willkommen im Club. Also, es wird wieder angeboten. Was? Hallo. Was habe ich denn da gemacht? Das, was ich haben wollte, ist schon weg. Toll. Ich lag falsch. Der Stadtstaat, Samarkand, entscheidet sich, nichts Sinnvolles beizutragen. Samarkand nicht portugiesisch für Ehre? Das würde mich jetzt sehr amüsieren, wenn es so wäre, gebe ich zu. Was ist denn jetzt hier? Eine Katastrophe. Das ist alles schrecklich. Ja. Maurice, brauchst du Hilfe? Kann ich dir irgendwie helfen? Du bist ja mein Freund. Ich kann nicht irgendwas tun. Ach ja. Wir kriegen das schon hin, irgendwie. Lauber nicht. Danke. Boah, diese Zeit. Ah, echt heftig. Cool. Wo sind meine Bewahren? Welches sind denn das? Das ist ja schrecklich hier. Das ist ja eine, eine, eine kolossale Horde, eine, eine Flut an, an ungebildeten, ungewaschenen Reitern. Mein Gott, was ist hier denn los? Spät vor den Toren. Pist mich mal. Wo sieht's aus? Das ist... Tolle Möglichkeit, XP zu bekommen, Ruhm und Ehre zu erhalten. Ja. Ganz tolle Gelegenheit. Oh Gott. Deine Kindeskinder können auch in diesem Augenblick schwärmen. Ja. Falls du überlebst. Werden sie auch bestimmt. Ähm. Aber das muss man erst mal das Überleben hinkriegen. Damit diese Wette laufen, ähm, du könntest auch, ich wär auch bereit, den Wetteinsatz zu ändern, dass du, wenn du verlierst, nicht den, ähm, Buddhismus annehmen müsstest. Sondern du könntest auch stattdessen deinen erstgeborenen Daniel nennen. Oder WB. Besser WB. Ja, also WB ist jetzt kein Name, den ich einem Kind antun will, ehrlich gesagt. Ach, ich find's ganz nett. Wow. In der Schule, wenn man dann gerufen wird, hey, kleiner WB. Oder WB. Ich find's ganz entzückend. Ich war mal ganz kurz. Alle Chats, auch wenn wir die Antwort nicht lesen können, glaubt ihr, dass WB ein cooler Vorname ist. Bitte postet eine von diesen vier Abstimmungseitern. Ja, jawoll, auf jeden Fall, oder, hm, ja. Bestimmt darf ich time-outet werden. Klingt wie gute Alternativen. Er wollte mich doch hier alle ärgern, ihr scheiß Barbaren. Kommt denn jetzt Galeren her? Galeren? Wieso, an der Küste? Äh, nee, in der Wüste. Okay. Ah. Deswegen. Ich glaube, dass du an dem See bist. Boah, das ist ja aber schon echt ein bisschen ätzend alles. Okay, okay, okay. Ich mein, ach, da. Das brauch ich schon alles nicht. Ah, hier sind ja übelst viele Barbaren. Holy shit, Jay. Ja. Was ist denn da bei dir los? Ist geil, oder? Da hätt ich ja gar keinen Bock drauf. Ey, hab ich auch gar keinen Bock drauf. Seid ihr bei uns hier angekommen? Im Barbarenland. Ja. Hm. Da hätt ich ja gar keinen Bock drauf. Also Maurice führt in den Punkten. Was halten wir von der allgemeinen Allianz? Zerstören wir ihn. Das machen grad schon die Barbaren, jene Allianz. Wie viel hat er denn so? Kriegen wir doch jetzt hier. Dann. Und was möchte ich denn als nächstes machen? Ah! Ihr ungewaschenen Allunken. Oh ne Scheiße, ja. Du, Nies hat sie ja. Schön, schön, schön. So macht das Spaß. Tatsächlich quasi für Steinwallens Stadt hab ich hier freigeräumt. Ja, ich hab aber auch meine Armee schon in der Nähe. Aber danke dennoch. Ich mach das gerne. Wir sind ja Kameraden. Deswegen hab ich ja auch das nicht geschnappt. Damit du den Bonus bekommst. Sehr gut. Ja, es ist, es geht, es geht ja um Frieden für alle hier auch. Also das, das ungewaschene Volk muss ja erstmal geschoben werden. Ist dein Deutsch? Ist dein Volk ungewaschen? Und warum? Inzwischen wahrscheinlich schon auch noch nach all dem Kampf in die Barbaren, ja, wenn wir mal ehrlich sind. Also mein Volk ist mit allen Wasser ungewaschen. Das, das glaub ich dir sogar. Ah, hallo. Sepp, wie ist denn eigentlich so die, die Einstellung unserer Völker? Ist das eher so Nord- und Südkorea oder eher so irgendwie Lichtenstein? Das ist ne gute Frage. Also ich bin hier noch neutral unterwegs, aber ich weiß nicht so genau, wie weit du von mir weg bist. Naja, also die Grenzen sind temporär. Sie dehnen sich aus, sie führen. Okay, was möchtest du mit deiner Aussage bezwecken, außer mich voll zu labern? Einfach nur ab. Oh wow, okay, okay, okay. Ja, weißt du, er möchte mit mir über, über Diplomatie reden und sagt dann Wischiwaschi hier. Naja, ich will einfach nur wissen, ob wir, wollen wir Freunde sein oder wie sieht das aus? Also sind wir, Alter, damit hast du direkt ne Frage beantwortet. Ich bin gerne Freund. Aber wer ist Feinheit, Alter? Nils, wie hat Sepp die Frage beantwortet? Mit nem aggressiven Ansiedeln. Andi, warte mal, das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht. Oh Gott, sagen, das war, also ich hab... Das bist du ja gar nicht. Alter Schwede, das ist ja jemand anderes rotzfreches. Was willst du von mir? Du bist das nicht. Deine Aggressionen sind unnötig. Jemand anderes war frech. Alter Schwede, aber. Was ist das für euch überhaupt? Jetzt wollen wir es aber auch wissen. Ja, schon. Naja, dann müsst ihr halt eure Scouts rüberschicken, wenn ihr Informationen wollt. Oder gegen Geld. Gegen Geld. Oh Mann, ey. Ich hab echt nen Scout gebaut und in der Runde hab ich vom Dorf nen Scout bekommen. Jetzt hab ich drei Scouts. Sehr gut. Wie genug Scouts haben, alles gut. Na, es nervt eigentlich ein bisschen. Aber ich kann ihn auch entlassen. So, Maurice, wo willst du jetzt mit deinem Siedler dann hin? Wolltest du auch hier nach oben? Genau da, wo der steht, ehrlich gesagt. Da kann man Stadt gründen. Da kann man eine Stadt gründen tatsächlich. Direkt am Vulkan. Viel Spaß. Das ist der eine Punkt, der hier noch geht. Und ich krieg ja Bonus für Stadtzentrum auf Tundra. Ah, okay. Weil ich Kanada bin. Deswegen ist das für mich vielleicht okay. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch dumm. Aber man kann ja auch mal dumme Sachen machen, oder? Man kann nicht immer ehrenvoll sein, das stimmt. Würdest du sagen, dass Dummheit und das Attribut, dessen Name nicht genannt werden darf, in einer Relation zueinander stehen? Ich komm schon nicht mehr hinterher hier. Ich komm gerade auch so gar nicht hinterher. Was machen wir denn jetzt hier? Das ist nervig. Also ich muss zugeben, Kanada ist nicht einfach zu spielen. Insofern. Ja, ich war nicht ganz so. Also ich finde, die haben schon ein paar ganz coole Boni. Aber ich war jetzt nicht super begeistert davon, weil es auch eine dieser Fraktionen ist, die so ein bisschen, sag ich mal, etwas fortgeschrittener sind. Wo ich bei Ziv eigentlich schon auch eher etwas raus war. Also das habe ich noch nie gespielt. Was hauen. Waren die von Anfang an drin? Die kamen später, oder? Kanadios. Mich nicht mehr im Kopf. Wir haben immer den Vorteil, dass Maurice, sofern das mit der Battle Abundance mal immer noch so ist, niemanden überraschend backstampen kann. Das stimmt, aber ihr auch mich nicht. Auch richtig. Es ist eine sehr interessante Fraktion und es ist ein bisschen dumm, weil sie das Attribut, das ich heute nicht sagen darf, eigentlich im Übermaß besitzt. Eigentlich schon eine Unehre. Oh man. Ah fuck, das war das Falsche, oder? Oh, dieser Zeitrock. Das ist ja erschrecklich. Wer haben wir hier denn? Nils. So, was machen wir denn jetzt hier? Hallo WB. Na, wie geht's dir? Na, erneut. Erneut sind wir beide nebeneinander. Ah nee, das ist keine gute Idee. Also ich betrachte die Gegend. Also falls du nach rechts ziehst, alles okay. Falls du nach links ziehst, würde ich sagen... Und exakt hier? Und exakt hier? Und exakt hier? Was halten wir? Wir haben doch hier so einen schönen Berg. Was halten wir, wenn dieser Berg exakt die Grenze ist zwischen Nord und Süd? Ja, es ist zwischen Nord und Süd, Aldi. Also, dass ich da, wo der, exakt da, wo der steht, meine Stadt noch bauen darf. Wäre das genehm. Ja, das wäre okay. Super. Ei, 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 ei. Wie dieser Timer einfach jetzt schon heftig ist. Ja, es ist einfach krass. Wie haben wir denn das? Ei, wieso machst du das? Ich fange jetzt mal ab mit meinen ersten Einzelgesprächen, ja? Also nicht wundern, wenn ihr gleich mal gezogen werdet. Do that. Was ist es denn? Bram. Bram ist der Erste, ne? Mann. Ja, Bram hat auch noch einen, Bram ist der Erste in keinem Wort reden. Ja, das ist ja, das ist ja auch da der Erste. Ich hoffe, dass hat keiner ihn entdeckt. Keine Ahnung. Bram habe ich schon entdeckt. Bin mir noch nicht sicher, ob Bram überhaupt mitspielt. Ist ja schlimm, der spielt einfach konzentriert und gescheit, während wir rumalbern. Also ich finde das auch eigentlich nicht okay. Ja, der hält sich halt einfach bedeckt, aber nicht angedrückt. Ja, wir kennen ihn ja auch so. Er ist halt eher der schweigsame Typ. Das muss man auch mal respektieren. Menschen sind halt unterschiedlich, ne? Absolut. Nun komm doch zurück. Das macht aber schon Spaß, diese irre Spielgeschwindigkeit plus Timer, dass man zügig vorankommt. Ja, das ist echt was anderes. Ja, 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 ja. Aber dadurch, dass halt auch alles anders ist, muss man ja auch erstmal alles lesen, ne? Ja, das stimmt. Das ist schon eine gewisse Herausforderung. Der Vorteil, wenn du eine Fraktion hast, die du eh nicht kennst, ist, dass es auch immerhin eh nicht alles anders ist. Wieso baue ich das hier? Na egal, ich baue das hier zu Ende. Steinwall? Ja. Bist du froh, mich bisher noch nicht entdeckt zu haben? Ähm, ja. Okay. Jetzt, wo du es sagst. Hast du denn schon Nachbarn entdeckt? Ja, viele. Tim? Boah. Ich komm nicht. Du komm doch zu mir. Ich hab eine... Das klappt ja nie auf. Das ist ja doof. Haben wir wieder Barbaren. Habe ich euch nicht eine Lektion erteilt? Ihr Narren. Gehorchen dir deine Barbaren nicht so, wie du es gewohnt bist. Nee, wirklich nicht. Also... Findest abstoßend, wie du über deine Kommune de Moderatoren sprichst? Eindeutig gehört sich überhaupt gar nicht. Nee, die gehorchen mir sowieso nicht. Gleich Barbaren zu sagen, fand ich wenig ehrenvoll, muss ich ehrlich sagen. Mich geschockt gerade. Kann ich denn nochmal sehen? Ich war einfach gut, den Maurice Chat. Was haltet ihr davon, dass Maurice gerade seine Kommune de Moderatoren als Barbaren bezeichnet hat? Ist das für euch ehrenvoll oder nicht? Wir werden nie wissen, was sie sagen. Wir können jetzt alles tun und alles sagen. Das hat er nicht gesagt, dass sie schwitzen und stinken. Jetzt bin ich aber alle hier. Sehr schön. So, was machen wir jetzt mit denen hier? Jetzt ist Samarkand auf einmal doch am Start, oder was? Jetzt tun die was. Nun kommt, trau dich doch. Nun kommt's zu mir. Andy. Sie wünschen. Ich wollte nochmal Hallo sagen. Was geht ab? Adro. Wie ist das Befinden? Boah. Prächtig wie immer. Bei dir. Das ist doch alles Quatschel. In jeden Fall eine spannende Karte. Das ist ganz anders als zuletzt. Wo wir so viel Wasser hatten. Also auf jeden Fall größer, würde ich sagen. Man hat mehr Raum. Aber man ist auch schon direkt nebeneinander. Ich sehe jetzt zwei Grenzen. Es gibt aber schon auch richtig ein freies Land. Es sind ein paar, witzigerweise, ich fahre so in manche Richtungen, habe ich sehr schnell andere Leute. In andere Richtungen sind die gefühlt ziemlich weit weg. Also, mhm. Aber auf jeden Fall eine interessante Konstellation. Aufsache die Barbaren, wir sind alle weg. Komm ich denn jetzt nach Hause? Was willst du, was willst du ja wirklich tun? Das ist alles Quatsch. Nein, warte mal. Mit einem Aquädukt kann ich Süßwasser nur aus Bergen rausziehen, oder? Nee, auch. Nee, auch. Aus Flüsse, Seen, Oasen. Natürlich war es relativ wenig. Aus Flüssen nicht. Also aus Bergen, aus Oasen. Bisschen nicht? Das ist schlecht. Doch, ich glaube schon. Auch? Kann gut sein. Ich habe gerade echt bei einem ganz zentralen Punkt ein Blackout. Eieieieieiei. Auf dem ersten Platz. Ich wünschte, ich hätte auch mehr Blackouts. Au, ich weiß gar nicht, was ich tun. Ich habe keine Ahnung. Oh, ups. Ich habe keine Ahnung, wie das hier alles funktionieren könnte. Na ja, bin ich wohl Erster an dieser Stelle. Hm, schade. Wer hat das gesagt? Wer macht das? Warum sind denn jetzt hier auch... Ich glaube, wir haben das alle schon mal getan. War noch nie Erster, glaube ich. Das tut nicht mal vor Ewigkeiten, Mike. Diesen schändlichen Religion, Sie gehabt. Nein, 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 das weiß ich nicht. Das war... Im letzten Augenblick, an uns allen vorbei, geschlichen und vom Wasser aus mit einem Apostel und Missionarin in unsere Reiche eingefallen. Und irgendeinen obskuren... Und irgendeine obskure Religion vertreten. Nee, nee, nee. Nee, das war ich nicht. Das war jemand anderes. Jetzt muss ein anderer Mike gewinnen. Das ist hier richtig kacke. Ich glaube, dass wir beide, weil es eine Freundschaft eingeht, ist aber auch ein Wunder. Ach, das warst du. Ich dachte, das wäre... Okay, ja, ja, sind wir. Oh Gott, ich bin komplett hinterher mit allem gerade. Ah, nein. Dass ich gerade mit Peter reden musste, habe ich mit dem ganzen Magier inzwischen durchscht, aber so... Runterpferd. Dann wäre er dann so voll so, äh, ich habe wohl, auch Jay ist gar nicht da, ich habe wohl Jay auch mehrfach auf irgendwelche Sachen nicht geantwortet. Shit. Du warst halt concentrated. Aha, aha, aha. Ich war halt kurz concentrated, ja. Oh, plus drei. Stark. Ja, fuck, jetzt wird's nämlich schon blöd. Ja, aber jetzt, jetzt werde ich auch mal allmählich etwas konzentriert und Dinge werden besser. Sehr gut. Meinst du? Ja, ich... I don't believe. I don't believe in you. Ah, ja genau, Jonathan, ich sollte... Entschuldigung, ich wollte dich nicht absichtlich ignorieren. Was? Peter hat mir gerade gesagt, ich hätte dich wohl ignoriert. So, ich hab... Ich hab nur gesagt, du hättest alle Worte. Hilfe. Alles. Oh, ich muss irgendwas drücken. Hm, hm, hm. Oh, das ist ja einfach irre, diese Zeit. Ja. Hm, hm. Ja, das ist hier alles blöd. Ruhig aus. Das ist jetzt alles zu viel zu schnell. Maren sind mal wieder auf dem Vormarsch hier. Aber das kriegen wir alles hin. Ai, ai, ai. Kacke. Oh, man. Oh, man. Ich glaube, ich spiele gerade nicht optimal. Ich auch nicht. Verratet es niemandem, aber... Wir sind ja auch Totens. Er fehlt einfach an dieses eine Motiv in deinem Herzen, das sich normalerweise vorantreibt. Wirklich, ja. Wenn ich das Reden über Ehre. Mein Nordstern fehlt mir. Du hast ihn mir genommen, wobei ich hab ihn mir ja freiwillig nehmen lassen. Ich hab mir das ja auferlegen lassen. Aber ich wette, du empfindest immer noch Ehre. Du kannst ihn nicht mehr artikulieren irgendwie. Du kannst ihn nicht mehr hochhalten. Das ist ja noch viel schlimmer. Ich platze regelrecht, ja. Und um das... Spielst du mit Kameraden, weil dann würde ich gerne mal gucken gehen, kurz. Wie das aussieht. Ich bin mit... Das ist wie... Kennt ihr diesen Monty Python Sketch, wo am Ende der Typ explodiert? Äh... So. Also es ist richtig ekelhaft. Es ist ganz schlimm. Äh. Boah, ey. Aber egal. Wenn ihr auch überfordert seid, dann ist das ja... Nee, nee. Gar nicht. Wie easy hier an der Stille muss man sagen, ne? Ja. Ja. Das ist total entspannt alles. Ja, easy hier. Warum hat er Probleme oder so oder wie? Oder wie oder was? Nils hat auf jeden Fall meine Friendship noch nicht angenommen. Ich hab das noch nicht registriert. Ich hab zu viel zu tun. Ich find das so geil, wie wir dieses Drei-Länder-Eck hier haben. Mit... Mit... Äh... Nils und Sepp. Das wird... Das wird lecker. Sag ich mal. Das wird lecker. Das wird bestimmt sehr freundschaftlich enden. Wie immer in diesem Zipton. Also... Also wirklich, ich... Ich kann innerhalb von... Keine Ahnung... Fünf... Wie heißt das? Hexagons? Sind das Hexagons? Oktagons. Ja. Oktagons. Hexer. Hexer sind sechs. Eins, zwei, drei, vier, vier... Okay, es sind sechs Ecken. Äh... Ja. Also... Ich kann, glaube ich, innerhalb von fünf Dingern Richtung Sepp und Richtung Nils spucken. Ich glaube, das Wort Freundschaft... Und ich spucke auch, bin ich ehrlich. Ich spucke auf eure scheiß Länder. Das ist schade. Ich glaube, das Wort Freundschaft nicht sagen zu dürfen, wäre auch mal eine interessante Challenge für... Oh ja. Oder Krieg. Aber es ist irgendwie eine ganz merkwürdige Karte, weil es einerseits ist... Sepp ist gar nicht da. Nils, ich spucke nur auf Sepp. Oh, so ein Glück. Aber es gibt auch so viel... Angst. Ich wollte nicht, dass meine ich vorher sein würde. Wir sind direkt aneinander. Aber es gibt auch echt viel freies Land hier so in alle Richtungen eigentlich. Ja. Ja. Aber trotzdem sind... Bist du halt da, ne? Und ich auch. Ja. Preise den, preise den Buddhismus, der sich heute als Buddhismus tarnt. Sehr gut. Um Zahl zu sparen, habe ich den Buddhismus einfach Buddhismus genannt. Alle freuen sich. Alle haben applaudiert. Aber dafür, dass so viel Land ist, siedelst du ganz schön aggressiv, Maurice. Habe ich jetzt hier bekommen. Was soll ich denn das heißen? Ich nehme halt das Land, das sich mir vor meinen Augen darbietet. Simba, alles, was du hier siehst, ist unser Königreich. Ja. Dein Königreich sieht aber aus wie der Elefantenfriedhof. Uh, der war nicht schlecht. Ja gut, ich kriege ja Boni auch. Der lohnt sich der Disney-Marathon. Schrecklich im Tunnel-Gebiet. Ich bin jetzt bei Tatsa angekommen. Ich bin jetzt bei Tatsa. Ist das weise? Also, wenn ich mit Maurice spreche, dann fühle ich mich wie Jane. Aber kann man mit Disney dissen? Das heißt doch Disney. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Ansage anfangen soll, bin ich jetzt ehrlich. Nils, gebe ich dir, war gar nicht so schlecht, Nils. Ich habe mir Aufmerksamkeit verdient. Dankeschön. Du bist der Einzige, der noch zuhört. Aber das ist okay, das reicht mir. Fuck, es ist zu viel. Wer ist verantwortlich für... Jeder Köln-Fan gerade. Ich werde dir komplett zerfickt. Ich werde mich da verarschen. Andi, hast du noch mal vor? Nee, ich habe schon. Ich habe schon rausgeschickt. Du bist jetzt einfach so krank hier. Da kommen nur Pferde raus. Ah, guck mal. Da kommen nur Pferde bei dem Pferde raus. Da haben wir nicht viel, dass wir bei Hand in Hand diese Runde. Macht Spaß. Ja, ab und zu muss man auch mal... Ja. 120 Kosti, so... Ich weiß noch gar nicht, was die alles machen können. Voran, ne? Unfassbar. Ich bin immer so überrascht. Man weiß nicht. Überlege ich mal rein dreimal und viermal und fünfmal hinten bei jedem Zug und überlege mal mit dem Chat zusammen, wo setzt man welchen Bezirk hin, wie macht man wann was. Das geht jetzt so rasant, aber es macht unheimlich Spaß für mich. Ja, geht leider nicht so gut, ne? Das lübt leider nicht. Quatschgebiet für der Stadt, glaube ich. Also, St. John hast du nicht in der Tundra gebaut. Das stimmt. Das ging leider nicht. Da war halt keine. Es ist ekelhaft hier alles. Kann man Aquädukte an Vulkane setzen? Ja. Schön wäre es. Lava. Aquädukt. Das ist schon geil. Also, warum denn nicht? Warum? Eigentlich nicht. Oh, warte mal. Das ist überhaupt noch angenehm. Boah, das ist ja einfach kacke. Wir haben halt jetzt zwischen uns noch recht. Eine Stadt geht da noch, Steinwall, ne? Aber da ist nur Scheißgebiet, wo du nicht mal ein Aquädukt irgendwo hinkriegen kannst. Also, es ist noch weite Tundra zwischen uns. Zwischen Heidelberg und Vancouver. Aber ich weiß selber nicht, ob das gutes Gebiet ist. Ihre Städtenamen sind so kreativ. Ja. Ist mir auch wichtig, persönlich. Ähm, ja. Heidelberg ist noch nicht der Endzustand. Hm. Ich benenne es direkt mal um. Heidelberg ist noch nicht der Endzustand. Heißt das denn? Dein Wallen passt sich seinem Volk an, ja. Ach du Scheiße. Was passiert, wenn man neben einem Vulkan eine Stadt baut? Ist das schlimm? Die geht dann immer wieder kaputt. Das hat Maurice auch gemacht. Ist nicht schlimm. Muss gut sein. Also, ich meine, es ist, äh, äh, es kann auch gutes Ernteland bieten, Leute, ne? Ich sag's nur. Aber es ist wahrscheinlich nicht so schlau. Es war die einzige Option. Ich geh mit, es war nicht so schlau. Was mach ich hier eigentlich? Ach du Scheiße, wir haben ja zwei. Oh mein Gott, ich bin so doof. Oh, nicht gut. Boah, Alter, sind schon ganz schön Otze, ey. Fuck, ey. Hätte das Aqueduct rein müssen, merke ich gerade. Warte, ich hab meinen Campus genau da gebaut, wo das Aqueduct hätte rein müssen, um diese Stadt besser zu machen. Ah. Das ist hart dumm gewesen. Das hab ich nicht gecheckt. Da kann ich gar nicht mehr. Fuck, 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 fuck. Ach, du grüne Neule. Ich lagen nicht mehr, Bert. Ja, ich lagen nicht mehr, ich lagen nicht mehr. Das ist ja so schwer zu afect. Gib mir nach alles herum. Trotz Blitz. Leider raus. Aha. Bein Teutates. Aaaahhh. es ist ja so krass oder jetzt plündern hier schon mal ich bin ja der aller dümmste ich habe diese stadt hier glaube ich zerstört einfach weil ich eine völlig dumme universität gebaut habe sachen gemacht schon das schmerzt tatsächlich gerade sehr das wäre sonst so eine blute stadt war doch irgendwo das habe ich die ganze zeit nicht weiter ja ja what do we do what do we do what do we do drunken sailor da 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 warte 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 weiter ha jay was ist da los bei dir bei mir ist da einiges los sage ich dir das ist schon zehn von zehn nervig alles kann nicht vernünftig planen warum denn also fast das brand sieht genauso aus wie sekt was ja die sehen sehr ähnlich aus die bilder beide weißen tourbahnen ich dachte kurz erst das wäre er selber ja verstehe du ätzendes spiel was willst du hier von mir jetzt Mike hit me baby one more time springen wir heute ein bisschen in der Musik sep ja keine ahnung ich tue mich auch schwer hier gerade das ist so wenn das gehirn auf low level läuft und man einfach ja ich glaube auch riesig ist diese karte ja ich habe auch noch kein ende gesehen ja es gibt ja auch kein ende lol wie war es luxus ressourcen bekommt man wenn man die stadt drauf kommt oder nicht ja oh god das ist fürchterlich ja oh god das ist fürchterlich Das ist der earliest Kegi Wirklich? Hauen sie doch mal hier ab, was machen sie denn da? Ach da haben wir das Stay hydrated, Freunde Du droppst die Truth Bombs Du droppst die Truth Bombs Jetzt kommt doch langsam Steigt da, also subjektiv Bei mir der Zeitdruck ein bisschen an Und das Bezirk gepuzzelt Immer schwieriger Irgendwelche coolen Plätze für so Zeit für und so Jetzt nicht, ne So gar nicht und so Wo Habe ich Ich hab gar keinen Stein Wie kann das sein? Bei dir wird da ja nicht Er hat keinen Stein Oh, wo kommt der denn her? Nice Ähm Wo mach ich mit dir denn, Hans Wurst Schön Okay Jetzt Chill Gehst du mir da unten auf die Eier oder nicht? Antwort Antwort ist ein klares vielleicht Antwort ist ein klares vielleicht von Nils Was schon? Wo geh ich dir auf die Eier? Was? Wo? Was? 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 Wo? 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 Stehst du mit deinem Hopolit bei Argos? Stehst du dann direkt neben Medina? Ja, weil ich erstmal gecheckt hab, was das für ein freundlicher Freund ist, den ich da gerade kennengelernt habe Stellt sich raus ein sehr freundlicher Freund Stellt sich raus ein sehr freundlicher Freund Hm? You're my friend You're my son You're my friend You're my friend You're my friend La 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 So Oh, schon wieder irgendwas passiert Deine Wahlen natürlich nehme ich das gerne an Ja, das habe ich mir noch gedacht Ich glaube wir haben jetzt auch das Barbarenproblem in den Griff gestellt Ich muss da nur durch, ich habe nichts vor Was für ein Problem? Achso Das Barbarenproblem scheint mir erstmal weg zu sein Im Norden gibt es noch ein paar, aber ja, im Prinzip ja Hier komm meine Freunde Hm Aha Man muss schon zugeben, der Vulkan hat schon ein wenig Schaden angerichtet Es war vielleicht nicht die beste Sache, die wir je gemacht haben in seinem Schatten zu bauen Aber wir haben Land dadurch gewonnen und das ist doch auch was wert Das ist es wert Ja Boah, 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 boah Das hätte ich schon nix machen können So Was ist das denn? Steinwollen! Was geht mein Freund? Steinwollen! Wo bist du denn? Ach du Scheiße, wo kommst du denn da her? Aber das Gefühl far far away Okay Burn, baby, burn Wo war ich denn jetzt als nächstes? Allihallo Nils Ohhhh, da klingelt es in meinen Ohren Hallo Und Peter sagt Hallo Bei dir, also das dauert natürlich immer, wenn ich alle so nacheinander ziehe Das letzte Mal, dass ich die anderen gezogen habe An die du jetzt sogar teilweise ein bisschen reibst Ist auch schon wieder ein bisschen her Ja Ähm, wie siehst du dein Spiel gerade? Ja, also ich bin hier so ein bisschen eingequetscht Jetzt, ähm, Land wird schwierig Für mich noch groß Ich bin durch, komplett durch hier Wer ist nochmal der Grüne? Jay? Äh, durch Sepp Komplett durch Sepp, ähm, eingekerkert Und, äh, muss jetzt in die Wüste ausweichen, wo Bram schon auf mich wartet Und ich weiß gar nicht Also ich bin nicht so ein Wüstensiedler, bin ich nicht so gewohnt Aber das muss ich jetzt machen Wird schwierig Ja, verstehe Also, wie, wie, schätzt du dich selber ein, dass du oben direkt dein Land abgeschätzt hast Mit, äh, gegen Sebastian? Ähm, siehst du da Reibungspunkte? Ja, das wird im Lauf des Spiels natürlich zu Reibungspunkten kommen Gar keine Frage Ähm, müssen wir durch Das gehört ein Stück weit dazu Äh, das wird, das wird Probleme geben Auf jeden Fall Also mit Bram wird's schwierig werden Müssen wir mal gucken, ob wir uns friedlich einigen Ähm, aber mit Sepp wird's auf jeden Fall zu massiven, ähm, Spannungen kommen Das ist leider nicht zu vermeiden Und unten links hast du ja auch noch Jay Ja, ich hab euch alle Ja stimmt Du bist komplett umregt von Beat Street Ja Jetzt, wo du sagst Oh shit Ich hab euch alle Ja, okay Ja, das, äh, mein herzliches Beileid an dieser Stelle Danke nochmal an der Stelle Ja, haha, wie bist du zufrieden mit deiner Zivilisation? Doch, ganz geil Ähm, Athen hat, äh, sehr viel so Kultur Ich hab eigentlich noch nie auf Kultur gespielt Ich musste jetzt mal gucken, dass ich anfange richtig Kultur zu pumpen Und, ähm, jetzt hab ich so ein So eine Religion, die mir auch auf Weltwunder Ein Bonus gibt, ähm, auf Religion Und ich hab versucht echt viele Weltwunder zu bauen Bereits Werd gleich mein drittes fertig bekommen Also ich hab jetzt angefangen mit Weltwundern Und, äh, wenn ich für jedes Weltwunder Dann noch, wenn ich das richtig gecheckt hab, irgendwie Plus sechs auf Religion krieg oder irgendein Scheiß Könnte das auch interessant werden Okay, das heißt, du hast Logischerweise den Bödismus gebaut Richtig, den Bödismus Ja, okay Ich wollte niemanden mit dem Namen direkt, ähm, angreifen Die Leute sind ja heutzutage immer sehr schnell beleidigt Deswegen Das hat aber bisher, glaub ich, auch noch niemand gemacht Wobei ich diese eine Religion ehrlicherweise nicht verstehe Warum die so heißt Udake Keine Ahnung, was das für eine Anspielung ist Ähm, das kann ich dir auch nicht sagen Ja, ist auch egal Okay, du bist da so ein bisschen, ähm, eingegrenzt Und guck mal, ob du da nochmal wieder rauskommst Dankeschön für deine Einschätzung Ähm, vielen lieben Dank HDGDL Geht, das ging jetzt so schnell, dass ich da nichts zu sagen konnte Ja, die muss ich da Ne, da geht auch Das möchte ich haben Ähm, und dann möchte ich das haben Ähm, da Da, 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 da Da, 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 wo mach ich das, da Ähm, shoot Hilfe, Hilfe, Hilfe Hilfe Oh Ehrlich komm ich wieder hinterher Aber Echt? Grad so Geht so Ich nicht Ich sag es ehrlich Fuck Hm Ach, jetzt hab ich das hier verkackt, ey Das gibt's doch nicht Und sei nicht so hart zu dir selbst so aus ist einer schon ganz krass vorne ich glaube ich habe es geschafft in 20 runden vom ersten auf den letzten platz ihr guckt auf die punkte in dieser frühen spielphase schon ja jetzt ist an der zeit sich gegenseitig zu verbünden um den stärksten auszuloten ja ich kann ja nicht mit jedem von euch verbunden sein also greifen wir jetzt beide nils an selbst weil der neben uns ist also laut meiner tabelle ist er auch der stärkste nein also von denen die halt in der nähe sind ich ich weiß ja gar nicht wo die anderen sind ich weiß es auch nicht ich finde das schade und gemein ja gemein ist das spiel gemein ist das spiel wollen wir nicht freunde sein ich wünschte wir wären gute freunde das wäre doch klasse und schön man was ist denn das jetzt hier finde kacke ich meinte nicht dich aber das habe ich jetzt gerade hier nicht verstanden das gibt es doch nicht ach du scheiße boah ey boah 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 man kann nur als info man kann ein aquädukt an einen vulkan bauen ich habe soeben diese wissenschaftliche erkenntnis für euch gemacht als der mann der seine städte an vulkane bau das geht tatsächlich das geht tatsächlich man glaubt es kaum ich was ich alles für euch raus finde ne das jetzt konnte ich ja nicht politik wechseln ich hasse es ach ja und ein gouverneur könnte ich auch noch irgendwie machen dem gouverneur ist nichts zu schwören ach klar ich kann ja auch das wieder vergesst einfach immer grundlegende effekte ja eine gouverneurin die schützt mich vor dem vulkan das ist sehr praktisch auch direkt auf level 1 muss einmal promoten naja das geht ja noch ach war es echt es gibt eine die schütze ein interessanten umwelteffekt auch campus glaube schon welche ist das denn die liang das ist ja geil auch mit der brille perfekt das hilft mir gerade einiges wenn ich oft genug ziv spielen würde um mir zwischen diesen events solche sachen zu merken ey dann wäre ich unaufhaltsam sage ich euch aber ich bin zu druck habe ich das weizen des an bb ja stimmt ja implizit da stehe ich jetzt auch dazu wer baut da gerade ein schreibtisch auf ich habe essen warum mir immer wenn ich mit euch zocke muss es sushi sein weil das kann man so häppchenweise essen hallo wb peter nein sie wollen mich vernichten und sie haben zu schafft hallo wb steht unser was geht ab ja gerne vorhaben noch maximal peter bitten peter könntest du an die und mich mal in die tue mit der krieg führen die beiden kriegstreiber ja ich glaube auch jetzt habe ich auf einmal zum ersten mal ein bisschen ruhe hier rauche mehr näher einfach wollen wir alle mehr logisch faktisch steht einem auto mein gott ich habe da doch stein ein ein So Mike. Nee. 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 Nee, Mike. Okay, doch nicht Mike. Ja, ich dachte, wir werden jetzt vielleicht, dass BB und ich den Krieg erklären. Das war ein Täuschungsmanöver. Ja. Hat gut funktioniert. Ja, richtig gut. Ich bin schlecht Multitasking, ich lese gerade was. Ah. Okay, was habe ich gesagt? Was brauche ich? Oh mein Gott, wie schnell ich das immer vergesse, was ich bauen wollte. Ich habe mir einen Baumeister noch übrig gelassen, um uns vor dem Vulkan zu schützen, wenn er ausbricht. Aber das ist ja jetzt gar nicht mehr notwendig. Wir sind ja geschützt durch die perfekte, mächtige Gouverneurin, die wir dagegen haben. Wundervoll. MC Keule. Ja. MC Keule. Das ist einfach das geilste Feature in einem Spiel. Super, letztendlich auch nach Jahren. Immer noch, wenn er aufploppt, die gesamte Spielerschaft. Also für euch zur Information, der Diplomatiesieg ist nicht aktiv. Sonst würde Peter wieder gewinnen. Ja. Also ich meine, es ist mir relativ egal, wer Combat Strange gewinnt. Muss ich jetzt schon steuern, oder ist das jetzt die Minute für... Nee, du kannst doch nicht steuern. Naja, das... Ich schlage einen Kongress vor für jede Menge einer Abstimmung, für jede Menge Frieden in der Welt. Das sind nämlich gegnerische Angriffe auf Städte. Ja. Dadurch erschwerend, es wäre sagen, Belagerer verlieren fünf Kammstärke. Im Sinne von, die Welt hat genug geblutet. Okay. Lasst uns, Maurice stimmt mir sicher zu, etwas Ehrenhaftes machen. Ja, ich habe, die Welt hat so viel geblutet. Ich wäre außerdem dafür, dass wir religiösem Fundamentalismus einen Riegel vorschieben. Das finde ich auch. Und Einheiten mit Glauben teurer machen. Das wollte ich auch vorschlagen. Die Frage ist doch, warum hat die Welt so viel geblutet? Ich habe das Gefühl, einige von den Pseudopazifisten sind nicht ganz unschuldig daran. Pseudopazifisten? Wer sind denn die deine Pseudopazifisten? Naja, guck doch mal in deinem Spiegel. Der an deinem Thronsaal hängt. Ich habe noch keinen Krieg geführt. Ich habe die Welt nur von Barbaren befreit. Ich finde, Maurice auch absolut eher wahr. Ich habe die Welt friedlicher und besser gemacht. Wie ich es immer mache. Oh. Ehrenvolle Worte. Ja. Und er hat auch nur die Hälfte der Kampfstärke von mir. Wir sind ja schon durch. Insofern ist da was dran. Wer hat die verloren? Riding Bull hat 200 Kampfstärke. Steinwald auch zwei. Alter, was ist denn los mit euch? Naja. Der Friede muss bewaffnet sein. Hab ich jetzt gelernt. Ja, das stimmt. Seit dem letzten Zift-Treffen hier in dieser Runde. Das stimmt wohl, ja. Der Frieden muss bewaffnet sein. Das klingt schön. Ja. Steinwald, ich verspreche dir, ich komme nicht mit Quoten vorbei diesmal. Ja, ich... Oh, geil. Ich weiß noch gar nicht, wo du bist. Das ist richtig. Alles geil. Was sind jetzt die Ergebnisse gewesen von der Money Money Sache? Belagerung und Glauben. Belagerung und Glauben. Belagerung und Glauben. Okay, danke. Wie lange hält das jetzt, dass ich jetzt hier keine Belagerungstruppen bauen kann? 19 Runden. 19 Runden. Siehst du oben rechts neben deinem Symbol. Ah ja. Oben rechts. Ach da. 19 Runden. Ach du Kack. Das ist ja noch ewig. Oh ja. Das sieht aber schön hier aus. Das ist natürlich ein Stoß von mir. So. So. Dum, dum, dum. Humm. das ist eine dumme idee vielleicht aber auch nicht du guckst dir gemütlich zu was ich hier an meinem nordzipfel mein automatisch erkundender der ist eingesperrt in eine sackgasse manövriert muss man so sagen der kommt da schon bestimmt irgendwann wieder raus wir sind alle zuversichtlich dass er irgendwann wieder bei uns daheim sein wird wenn du die Seefahrt erfindest ja genau aber es ist noch nicht der heutige Tag leider wir können auch im Sinne unserer großartigen Freundschaft offene Grenzen beschließen ich hab dir mal was geschickt ja, guck ich mir nächstes Mal an denn als ehrenvoller Nachbar würdest du das ja niemals missbrauchen ne, natürlich nicht um hinter meinen Grenzen da, sieht doch sinnvoll aus aggressiv zu siedeln oder so achte ich mir ich kann ja derlei Monstrositäten gar nicht tun ich bin ja Kanada das Land das überhaupt niemanden backstabben kann ach so das hab ich noch gar nicht kapiert was ich kann keine Überraschungskriege erklären aber du mir auch nicht also ich kann man kann schon natürlich die typischen Casus Belli benutzen aber man müsste ihn halt heute denunzieren genau, genau was glaube ich in dieser Art von Multiplayer-Runde ich bin noch unschuldig was mehr Vorteil als Nachteil ist es ist glaube ich gar nicht mal das schlechteste auf der Welt wenn ich ehrlich bin na ich sag mal so wenn du vorne liegst ist das natürlich geil das stimmt wie kriegt diese schäfige Stadt jetzt Nahrung freu ich euch hey Sep du kannst das so häufig mir schicken wie du willst ich hab das schon absichtlich die Freundschaft weggeklickt ach so die Delegation du musst auch nicht okay dann nicht ei 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 Delegation das gibt Geld ne ja kannst du auch ablehnen wenn du nicht möchtest dann nehme ich Geld ja guck mal Geld kannst du mir schenken Boris ich bin so gespannt in was du Winnie Nitz wie sieht das bei dir aus möchtest du auch eine Delegation ich komme immer nicht dazu ja ja wieso denn nicht was hat irgendwas dabei ja was hat die dabei da musst du einfach mal gucken alle ich komme mittlerweile nicht mehr ansatzweise immer zu alle Einheiten zu ziehen und alle Sachen zu machen das ist echt krass ich auch nicht oh nee warte das ist so krank hier ah frei dich frei ja schrei dich frei eins zwei ehrlich ist noch was das ist ja eigentlich das ist doch Quatsch mit das ist ja eigentlich hey sepp meine Stadt möchte so wir kommen das ist okay können ja gerne machen wenn sie wollen wir rebellieren oder liegt da dann an nils ja an nils bestimmt wieso ich glaube das liegt an der allgemeinen unzufriedenheit in meinem land die überall stattfindet deshalb wollte ich ja mit dir befreundet sein aber nils du hast so aggressiv da mein siedeln abgebrochen und behindert dass du wolltest aggressiv siedeln also ich will nur meinen land ausbreiten so wie ich halt ja so wie ich mein land verteidigen möchte ja und ich habe das gefühl dass du da sehr aggressiv gewesen weil ich verteidige bin ich aggressiv jetzt geht es wieder los nur mit meinem siedler lang gegangen und dann kaufst du direkt 1000 sachen da siedeln wollte jonathan in meinem gebiet wir wären nett miteinander aber irgendwie habe ich das gefühl dass wir das nicht sind weil ich dir eine siedlung neben meiner verwehrt habe ist das alles super danke ich habe auch das gefühl du und ich so da geht was wenn richtig gute kumpels sein sechs felder war immer der bonus von diesen ganzen distrikten die reichweite haben später wie meinst du meistens fällen und und genau das fabriken unterhaltungs distrikte bei wasser park sind es 9 wobei ich nicht weiß ob hier bei dieser motto irgendwelche sonderregeln das ist noch eine gute frage ja wie das nicht schuldigen sie bitte was ach das bei euch jetzt erst allem nicht hinterher aber das wird schon dass das wird schon leute ich glaube auch das war auch ein schönes geräusch gerade ein sterbender spieler da sogar ein schritt weiter gehen ja was willst du davon was du doing guys ich habe einen widmungsbonus genommen exodus der evangelisten neue ausgebildete apostel erhalten zwei ladungen extra und meine apostel hat nur fünf drei ladungen statt fünf das ist verstehe ich gar nicht hat irgendjemand anders so eine religion oder svp der einzige das ist überraschend er sonst immer was zu bieten ich kenne mike nur mit religion eigentlich vielleicht hat er in seinem letzten stream domination geübt und will jetzt rein gehen anhand der tabelle habe ich auf jeden fall domination geübt das weiß ich nicht was machen wir denn jetzt hier kommen let's go das brauche ich jetzt sehr dringend auch da müssen wir noch mehr machen hier es ist teuer wucha wucha sagt er ähm richtig Ah, das wird lecker hier alles. Ei, 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 ei. Mach ich das jetzt mal? Ja, eigentlich da. Hm, hm, hm. Hm. Wie geht's euch allen so? Ich bin hier wirklich genervt. Warum? Warum? Nils schaut nur noch aus dem Fenster raus. Das macht mich traurig, Nils. Wann warst du noch so gut gelaunt? Ja. Ziemlich geärgert werden. Ähm, wo bin ich denn jetzt hier? Ach da. Wie konnte es, wie konnte es passieren, Nils? Könnte so weit kommen. Ja, was ist los? Komm, vertraue dich uns an. Ähm, ja, das halte ich immer für eine sehr gute Idee tatsächlich. Ja. Nee, es ist einfach, äh, nee, es ist alles gut. Es ist, äh, herausfordernd. Es ist einfach, es ist alles gut. Ach Mist. Ach, ne Quelle zählt nicht als Zugang zu Wasser? Das ist ja gut. Kann man Bonus-Ressourcen eigentlich so quasi ernten? Ja. Da musst du durch Technologien erst freischalten, aber das hast du wahrscheinlich schon längst freigeschaltet. Was mache ich jetzt mit euch? Mich oder meinst du irgendwelche anderen Leute? Naja, so meine Heinis hier. Ich habe hier so Heinis stehen. Hallo Pais. Also wir werden ja alle etwas ruhiger. Ich vermute, vermute ich richtig, dass es darauf zurückzuführen ist, dass wir alle zunehmend mit der Anzahl der Städte und Einheiten total und völlig überfordert sind. Und der Klassiker, ja. Die Möpfe ist irgendwie groß, oder? Ja, man hat auf jeden Fall auch viel zu tun. True. Vielen Dank bei dieser Gelegenheit an meinen König-Moderatoren Eistrache. Pierre hat mal wieder eine Karte für den Civilization Multiplayer-Stream gebaut. Für die Rocket Queen schon öfters gemacht, jetzt für das Beats Meet Event. Ganz lieben vielen Dank. Die Karte steht auch öffentlich zum Download bereit. Er hat einen bestimmten Namen, der mir gerade nicht einfällt. Die Chat-Moderatoren wissen sicher Bescheid, oder Pierre weiß Bescheid, bei mir bitte in den Chat reinposten und wenn die anderen Chat-Mods können dann bei uns Klauen gehen. Vibrant Belt. Vibrant Belt heißt die Karte. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass Pierre da für uns die Karte gebaut hat, das hat er auch schon ein paar Mal gemacht. Also, genau, habe ich auch schon ein paar Mal im Stream gesagt. Vielen lieben Dank. Alles klar. Ich muss echt sagen, die Karten sind auch immer wieder sehr cool. Also in diesen verschiedenen Events. Genau. Da steckt da einfach irre viel Arbeit rein. Also die sind nicht nur so kurz mal gemacht, sondern immer wieder getestet und nochmal getestet und korrigiert. Und manchmal gibt ja irgendwelche anderen Leuten aus meiner Community die Karten dann nochmal und holt sich Feedback und Testläufe und so weiter. Mega cool. Ich finde tatsächlich, Eisdache hat viel Verdienst daran, dass diese Multiplayer-Stream-Events auch in den letzten Jahren immer besser geworden sind, weil mehr und mehr auf seine Maps zurückgegriffen wurde und die Map so viel ausmacht, mehr als bei vielen anderen Spielen glaube ich, ist eine gute Map extrem wichtig in diesem Spiel. Ja. Also... Wahre Worte. Ja. Genau. Und jetzt haben wir jetzt hier diesmal eine sehr große Map mit einer sehr großen Landfläche, was natürlich eine riesen Auswirkung auf euren Spielstil hat, weil ihr jetzt theoretisch mehr expandieren könnt, als vielleicht jetzt auf so einer kleinen Insel und das für euch jetzt nochmal besonders stressig ist in dieser Phase. Ja, danke. Ja, schön, Peter, wie du dich daran erfreust, als der Einzige, der nicht beteiligt sein muss. Ja, ganz toll. Jetzt muss ich Peter ein bisschen Schutz nehmen. Er ist im Beobachtermodus unterwegs, er muss die ganze Zeit hingucken, wie wir arbeiten. Und es ist viel zu gucken. Oh, der arme Kerl. Es ist viel zu gucken. Und es kann einem moralisch, wenn man anderen Leuten beim Zugucken, wie die Arbeiten man selber nicht tut, sehr belasten. Oh Gott, weißt du, woran ich gerade denken muss? An diesen unsäglichen Post von Mike Ibarra, dass jetzt, wo Xbox mal wieder vier Studios wegrasiert hat, wir doch bitte auch daran denken sollten, dass Phil Spencer dabei auch nicht ganz so gut geht wahrscheinlich. Natürlich. Ja, ja. Hast du mich gerade mit Phil Spencer verglichen? Ja, im Prinzip schon. Ja, implizit schon, das stimmt. Ja, ja. Geht's mit Videos demnächst, ne? Also einfach im Game Pass, äh, Pete Pass, ne? Ach, der gute Pete Pass. Ja, da sind doch die Kanadier. Wie Peter hier leidet, wie er unser wildes Rumgeklicke sinnvoll kommentieren muss und so tun muss, als wäre da irgendein Sinn dahinter, was wir machen. Ich fühle die ganze Zeit so, als könnte ich es besser. Natürlich. Würde ich auch machen. Es ist ja dein Privileg. Du hast ja auch schon gute Runden. So ist ja nicht. Ja, eben. Das machst du ja auch ab und an. Deswegen mach ich ja nicht mit, weil ich zu gut gewonnen bin. Ich verstehe. Ja. Aber wenn ihr Titschen Tricks wollt, dann ist das nicht was. Ich weiß nicht. Das ist ja auch schon gut. Das ist ja nicht alles. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. sie eine stadt die ersten rammen nach wen die wohl benannt worden ist tatsächlich übrigens steinwallen ist es nun geglückt dass mein scout über die seefahrtroute endlich den heimweg antritt also es ist endlich die technologische fortschritt unserer zivilisation ist weit genug vorangeschritten dass er endlich nach hause darf das ist mir wichtig wir freuen uns alle sehr ich finde hinterher irritiert 39 sekunden und ich kann jetzt schon auf eine runde weiter ich appelliere an alle macht das auch zeigt den leuten ein gutes beispiel das könnte ich mal übrigens einen handelsstil für spanien können glaube ich uns ein wenig mit ressourcen gegenseitig natürlich dass sie geben das sieht sinnvoll aus ich bin auch offen für handels anfragen als jemand sehr cool mit hans handelmann handeln mag guck mal gleich ob du mir irgendetwas bieten kannst dass ich dir im gegenzug schöne ausgleichen könnte weißt du wb die kennt uns noch gar nicht die kennt uns doch gar nicht so gut ne aber weißt du was mir hier auffällt bei civilization du hast diese aus dem wissen heraus dass du den größten skill hast in dem spiel hast du so ein selbstbewusstsein hast du so vor dir her schiebst so ganz nonchalant und das ist wirklich auf der einen seite bewundere ich das aber ein bisschen aggressiv macht es mich ja auch weil du weißt du kannst du kannst mich völlig ohne konsequenzen fürchten zu müssen zum beispiel einfach verspotten und du weißt dass das würde ich nie machen ich würde mir immer im liner kommt nein aber also ich predige ja immer und immer wieder das gleiche bei allen gipfeln dass nur dass nur dann irgendeiner von uns gewinnen kann wenn die anderen ihn gewinnen lassen das ist bei so vielen teilnehmern also wenn wenn leute geschlossen handeln hier im team und einen der vorne liegen wegdrücken dann so man kann im prinzip nur gewinnen wenn wenn die anderen bewusst verlieren wollen ernsthaft und das lustige ist auch dass wir das eigentlich auch alle wissen aber es ist immer noch schwer fällt hier handelt er fehlt jeglicher solidarität in dem objekt auf den es ankommt jeder sagt auf seinen vorteil und im augen die geht es ja noch überhaupt nicht füllen wir noch die lücken zwischen unseren städten und es gibt noch keine großen konflikte und wir sind in etwa alle gleich stark ja man ist lieber zweiter als letzter ja das finde ich eigentlich hauptsache nicht letzter er nicht fort mit euch barbaren aus der hilfe grad geht zum glück oh nett von dir immer ich stehe zu meinen freunden ja nils das ist doch so eine sache also ja irgendwie magst du meine freundschaftsanfrage gar nicht habe ich doch schon annehmen und sag ich rede zu meinen freunden da for the whole world to know guck mal mein freund und dafür ist auch geld hier bitteschön ich habe nur was tolles für dich du bist ein wahrer freund ich hatte nie einen besseren sie haben sich gefunden was ist denn jetzt los was habe ich jetzt getan hat das neu hat jemand ein wunder gebaut nein das hatte ich auch gerade im bau das tut mir leid auf dich eigentlich gar nicht so schlecht weil ich hatte vorher festgestellt ich hatte den ingenieur der das wunder pusht und den konnte ich aber nicht einsetzen weil das ding auf dem berg her gebaut ist und da kann man den schön natürlich hinschicken das ist auch eine ziemlich komische mechanik und dadurch habe ich den ingenieur nicht verschwendet ja dadurch habe ich den nicht verschwendet ach shit obwohl da warte mal wer ist das da ok 2-2-3 geht doch da geht doch da ja das kümmer bestimmt da sehe ich uns dafür dass wir zu beginn diese technischen probleme hatten läuft jetzt reibungslos ich wünschte du hättest es eine schöne runde danke für nichts wie wir an der stelle da der der 11-0m 4-7-2 wはは nebenher trea ich kann eigentlich einen ein gouverneur nicht zugewiesen ganz wichtigen ich der feste auffassung war ich hätte ihn zugewiesen bei einem runden wechseln der wird nicht nicht mitgenommen das war echt ärgerlich okay also meine regierung plop nie aus auf wenn meine forschung fertig ist das musste aktiv selber steuern das ist ja immer noch bei barbaren bekämpfung und ja ich glaube die ploppen manchmal auf wenn die karte geupgradet wird stimmt oder wer geht mir kommt gar nichts an noble freundschaft abgelaufen eine tragödie für die welt das sollten wir doch schnell erneuern ach man jetzt hat mich mit der politik ja ja aus dem konzept gebracht aber einzige fehler heute oder was die politik der einzige fehler ja um 1, 2, 3 Rüth Fahne Machen wir mal ein diplomatisches Angebot an das Kanadische Reich Ja, wir gehen mal durch, wir gucken mal, wer so mit Bock hat Ja, natürlich Was ich Also jetzt mal laut nachgedacht Falls es irgendwann mal tatsächlich Civilization 7 geben würde Welches Feature würdet ihr euch wünschen Und mal die Frage an den An die Chats überall Weil mir zuck gerade eine Idee durch den Kopf Ich hätte so gerne als Minispiel Auktionen Das hin und wieder irgendwie so Gerade bei Multiplay Matchen stelle ich mir das ultra cool vor Um irgendetwas An einer Auktion Sich teilnehmen kann Äh, teilnehmen kann Jetzt würde das auf jeden Fall mal gewinnen Aber glaubst du nicht, dass du als allererster ansorgst, dass der nächste Teil im Grund so krass ist wie das bisherige Spiel, damit da nicht so eine Problematik kommt, wie die schon war bei, ähm, City Skylines? Oh mein Gott Dass der krass, also dass der erstmal die Qualität erreichen muss und dass das schwierig ist oder mehr hat das auf jeden Fall, weil Civ 6 hat eine sehr hohe Qualität und das Problem ist halt, das ist das komplexeste Civ, das es je gegeben hat, das heißt der neueste Teil dürfte, müsste irgendwie einsteigerfreundlich sein und müsste trotzdem neue Dinge hinzufügen und dürfte beim Weglassen von Sachen keine populären Features weglassen. Also das stelle ich mir alles super, super schwierig vor. Also wir haben ein paar Jahre Zeit schon, ne? Nice, keine Ahnung. Also mein Wunsch und auch der des Chats wäre ein funktionierender Multiplayer Modus. Ja, wir wollen eine realistische Spiele machen. Ja, das muss ja jetzt nicht absurd werden hier, ne? Und ich glaub, ähm, clevere KI wäre auch ganz nice. In Einzelspielerrunden oder auch Multiplayer mit KI ist in KI oft immer ein bisschen lame. Also ich glaub, ich glaub tatsächlich, was sie, was sie machen müssen ist, ähm, irgendeinen, das ist das falsche Wort, äh, aber irgendeine Form von Quantensprung, der uns vergessen lässt, dass, äh, sie nicht alle Features haben. Weil, sie werden, also irgendeine grundlegende Veränderung, weil sie werden ja nicht alles Features einbringen können, das hat ja bei, bei keinem Civ hier funktioniert. Das 6er hatte auch nicht von Anfang an alles, was das 5er mit mehreren Erweiterungen hatte, weil es einfach nicht geht. Das heißt, sie müssen irgendwas machen, wie hier zum Beispiel der Distrikte bau, irgendwas, was sich so grundlegend verändert, dass wir sagen, okay, ist noch nicht alles drin und wir haben trotzdem Bock auf dieses neue Spielsystem, das ihr bringt. Weil einfach nur Civ 6 nochmal, aber jetzt mit allem und dann bauen wir es weiter aus, das wird uns, glaub ich, das wird sie nirgendwo hinführen. Ähm, und es wird doch nicht trotzdem noch so sein, dass es erstmal, wie es ja bei Civ 6 auch war, die Leute erstmal bei den alten bleiben und dann langsam überwandern zum neuen. Sorry, ich hab kein Wort verstanden, weil ich so viel zu tun hab, kannst du es nochmal sagen? Das ist noch böse. Aber nee. Und was mir noch einfällt, so geht es mir auch gerade, ich glaube, sobald du in der Runde den Anschluss bisschen verloren hast, kann ja auch sein, dass zwei Leute einen Early Game Krieg haben und nichts passiert, dann ist es sehr, sehr schwer, jemanden wieder einzuholen, der von sehr weit ist. Also da gibt es, zumindest auf meinem Level, wenig Optionen, das easy wieder, oder irgendwie wieder einzuholen, wenn der es dann gut spielt. Du willst den blauen Panzer in Civ? Ja. Ja, also so eine Art im blauen Panzer. Äh, ich find das ja mal, ich hab auch nur die Hälfte verstanden, aber ich find's besser, wenn der blaue Panzer die diplomatischen Bemühungen sein könnten. Aber ist es nicht oft so und hier ist das dann, nehmen wir an, einer ist weiter vorne und der ist wissenschaftlich ein Zeitalter weiter und dann nützt es auch nicht viel, wenn zwei sich verbünden, weil sie militärisch gar nicht die Einheiten haben, die der eine hat. Da hast du völlig recht. Das ist relativ, relativ machtlos. Ich find... Deswegen haben wir auch mal alle Angst, uns zu verbünden, weil wir sagen, wir haben eh keine Chance, weil wir haben noch Bogenschützen und der hat kann und Niere. Ja, da hast du völlig recht. Ich find's ja oft eher die Problematik im Game Design und die wird erst ganz gegen Ende geht sie langsam wieder weg, dass die schiere Bewegungsgeschwindigkeit ist nicht da. So blöd das klingt. Wir hatten das ja so häufig schon, dass zwei Stunden vor Ende des Events ist eigentlich der Punkt, wo entschieden werden muss, auf wen gehen wir jetzt, weil die Spieler so lange brauchen, um von A nach B zu kommen. Außer dann ganz am Ende mit Robotern, die voll erforscht sind, die sind dann wieder relativ flott und dann Fliegern und Submarines, die Atombomben werfen können und so. Aber das ist ja, was du brauchst, um dann nochmal abgehen zu können. Mhm. Auch richtig. So, wir haben ein paar Vorschläge jetzt gesammelt. Geben wir ab. Genau. Jetzt müssen sich die Damen und Herren Entwickler nur noch dran halten. Ja. Ja, aber das machen sie ja wohl hoffentlich. Stimmt. Da würde ich auch von ausgehen. Mal ganz ehrlich. Das ist ja im Prinzip alternativlos. Ja. Ich meine, wir sind ja die Ziv-Community. Ja. Wer, wenn nicht wir, sollte bestimmen, wie es weitergeht. Ich finde auch völlig korrekt, wenn internationale Spiele-Blockbuster letztlich nach den Bedürfnissen des deutschen Marktes gemacht werden. Ja, also. Ja. Natürlich. Da sollten wir viel selbstbewusster auftreten. Ja. Nein, ein Stadtstaat wurde besiegt. Wer war das von euch? Was? Schande. Wer hat das von 15 Runden oder so her? Wer hat das von 15 Runden angelegt? Wer hat das von 15 Runden oder so her? Angelegt. Schande, absolute Schande. Können die auch nicht okay. Kommt ihr los? Was du das machst? Wer hat jene Kriegstreiberei begangen? Ah. Man hört es schon. Man hört es schon. Was? Brammen, ein Freundschaftspiel. Wer so fragt. Was? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Unschuld in Person bin ich wie immer. Peter, magst du mal, falls Brammen jetzt nickt, uns beide in den Diplomatieraum reinbringen? Klar, nick ich doch immer. Wobei ich das jetzt echt in der Hand finden würde, Maurice, ob du überhaupt ne Stadtstaatenkriege kennen könntest. Ne, kann ich glaube es auch nicht. Ja? Okay. Ich muss nochmal gucken, wenn ich ne ruhige Minute habe, aber ich glaube, Kanada... Ja, das dauert noch. Das dauert noch. Ja. Aber ich glaube witzigerweise, es geht nicht. Kann das sein, dass ich immer noch zwei Spieler vermisse? Du... Wir sind es drei sogar. Die Karte auch cool, aber ich glaube schon, wenn es so ein Ticken kleiner wäre, wäre es auch in Ordnung. Für unsere Spielerzahlen. Kann ich dir nicht mal sagen, wie groß das hier alles ist. Keine Ahnung. Ich glaube so, wenn du so zehn Städte oder so bauen kannst, ohne dass es groß Ärger gibt, dann ist es meistens schon fast zu viel. Dann müssen wir kurz... Hast du schon zehn Städte? Ne, aber ich glaube, hier gibt es welche, die zehn Städte haben und... Echt? Ob? Ich werde komplett eingeengt. Von Sepp und Nils. Hm? Wie viel Städte hast du, Jay? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich habe sieben. Ja, ich sage, du mit sechs und ich mit sieben. Andere haben schon zehn. Schon heftig. Oh. Ähm. Gleiches wieder Weltkongress, meine Freunde. Oh Gott. Oh, da freue ich mich richtig schon den ganzen Tag auf. Oh Gott. Das nervt natürlich. Den ganzen Tag sehe ich ihn mir schon dabei. Also ich glaube, ein Weltkongress könnte cool sein, wenn es coolere Optionen gibt als die, die wir immer hier haben. Ja, also C5 hat ja echt einen guten Weltkongress. Okay, wir können einem Spieler minus 20 Population geben. Wer führt denn gerade? Ja. Gute Frage. Weiß ich nicht, aber ich finde Maurice, finde ich ganz lustig. Andi Knight. Andi Knight, ja. Dann könnten wir das machen. Ja. Aber mit dem habe ich eine Freundschaft. Und wir könnten weiterhin wieder Belagerung schwächen, wenn wir den Frieden in der Welt bewahren wollen. Sehr gute Idee. Sehr ehrenhafter Vorschlag. Ich bin dafür. Das klingt langweilig. Bin ich gegen. Was willst du denn haben, Jay? Ja, Krieg? Ja, aber welche Einheit? Mhhh. Ich kenne Andi noch gar nicht, deswegen kann ich nicht auswählen. Die oder so. Das ist doch wahrscheinlich stark zum Angreifen, oder? Was ist denn eine starke Angreifen? Der Knight ist schwer. Ich habe keine Ahnung. Wie kannst du entscheiden? Ich weiß es nicht. Achso, ja du klangst gerade. Dann lass Nahkampf nehmen. Damit kannst du auch gut attackieren, wenn du da ein paar Kasapulte da im Hintergrund hast. Alles klar. Dann pumpe ich für dich da rein, ja? Ja, das ist aber sehr lieb von dir, Mensch. Nahkampf? Was ist denn Nahkampf? Weiß ich selber nicht. Also, es gibt halt, also, sehr viele Nahkampf. Ich gebe Peter mal das schnellere Bevölkerungswachstum. Weil der ist noch bei 4. Danke, Ehrenbruder. Das tut mir ein bisschen leid. Hubote können, glaube ich, auch so Nahkampf. Zählt das auch rein? Ich habe keine Ahnung. Ja. Auch. Was? Der war so gut. Ich habe echt gelacht, Nils. Aber ich war gemutet. Dankeschön. Nein. Das sind aber keine Nahkampfeinheiten. Alter, ne, ich werde es jetzt nicht erklären. Also, ich bin, ich mag ja, ich mag ja vom Prinzip her schon WB. Aber wenn wir allen nach seiner Pfeife tanzen, ich weiß nicht, was der vorhat, kann das halt gefährlich für uns alle werden. Wenn der sagen, hey, lass mal Krieg ver... Ja, wenn er der einzige ist mit Religion, kann das wirklich gefährlich werden. Ja, genau. Deswegen, er will sich da halt so ein bisschen, ne, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, das stimmt schon. Aber ich weiß gar nicht, warum ich das in meinem Kopf habe. Weil die Schlangenzunge spricht halt immer nur mit seinen Vorteilen. Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Bram, hast du meine Freundschaftszeit? Ah, wunderbar. Ja, die habe ich. Aber ich kann die nicht mit dir machen, die Kultur. Was hältst du denn von der Wirtschafts- oder religiösen Allianz? Können wir... Lass dich mal ganz kurz was nachschauen. Dann schlage ich eine Forschungsallianz vor. Dann schlag ich eine Forschungsallianz vor. Dann schlag ich eine Forschungsallianz vor. Dann muss ich nicht lange nachschlagen und nachdenken. Einverstanden? Nein, weil wir können ja gar keine Allianzen machen. Ich frag mich grad warum. Wahrscheinlich, weil ich es noch nicht erforscht habe. Oder du? Ja, das müssen beide haben. Ich habe mitlegende Allianzen schon. Ich weiß nicht, aber die Einzelnen auch nochmal erforschen. Ja, weil ich muss die auch machen. Ja, genau. Und kulturell bin ich nicht so fortschrittlich. Ach. Du bist viel zu bescheiden. Aber die anderen Kinder das alles sagen. Wie gesagt, ich bin ein gebranntes Kind vom letzten Mal. Oh, Bram, ich finde das auch krass, ne? Wissenschaft bist du richtig stark, aber Kultur irgendwie... Wir sind zweimal. Ja, ich bin halt nicht so der kulturelle Boyle. Da kann man mitmachen. Nein, noch Steinwein. Freundschaft. Ich habe dir ein Angebot geschickt. Oh, danke. Ich glaube, ich hatte dir auch schon eins geschickt, aber dann... Oh. Nimm ich mal deins an jetzt. Nächste Runde. Der Rundenwechsel. Der Rundenwechsel. Der Rundenwechsel. Oh, stark. Du sprichst Griechisch. Ja. Ich bin auf die Repräsentation des Spanieres. Wie bitte? Hat das gerade geschlossen, Bram? Oder... Ne, warum noch nicht. Ich schicke sie nochmal. Mach nochmal, genau. So, bitteschön. Was ist das denn hier nochmal? Oh. Alles klar. Prima, freut mich. Nice. So, liebster Steinwein. Steini! Peter, kannst du mich mit Steini mal eben ziehen, bitte? Das bringt ja gar nichts. Ach, hör auf. Ich habe dir auch mal ein Dingens vorgeschlagen. Also Steini ist jetzt weg, ne? Ja. Ram, du hast von mir auch eine Sache bekommen. Ja. Moment, Moment. Ich bin noch nicht so weit. Ich arbeite gerade ab. Ich komme sofort auf dich zurück. Okay. Voll auf Freude und mit offenen Händen. Boah, geil. Boah, geil. Boah, geil. Fuck, warte mal. Ich bin so froh. Bereits, den Schaft zu massieren. War das jetzt fertig? Das ist alles belastet gerade. Da. Cool. Cool. Jetzt noch irgendwas? Der, Sepp. Da haben wir den durch. Nein, weil der ist jetzt echt der letzte, den ich finde. Oh. Egal. Ich habe dir was vorgeschlagen, von dem wir, achso, in der WP ist nicht da. Kann das sein? Ach doch, ist er. Okay, so. Was wollt ihr mir schicken? Das, was du mir schicken wolltest, kann ich, kann ich nicht machen, weil das ist schon vergeben bei mir. Oh. Hä? Aber warum kann ich die dann? Ich dachte, dafür dann nicht gehen. Ich kann dir gar keine anbieten. Aha. Weil du schon mit sechs Leuten das hast, oder was? Nee, ich glaube, aber die, die ich anbieten könnte. Aber ich konnte dir, aber ich konnte dir, ich konnte dir so gut wie alles da noch anbieten. Gern nochmal. Ich kann das gerade nicht anbieten. Aber ich nehme dann gerne an. Ja, gleich checken. Warte, kurz mal weiter spielen. Ich habe dir auch was angeboten, von dem wir beide, glaube ich, dramatisch profitieren. Mann? Da muss ich erstmal kurz drüber nachdenken. Mhm. Nach diesem Gespräch benenne ich auch die Stadt Ehrengrenze. Naja. Darf ich fragen, wieso du das ablehnst? Also eine andere Allianz gerne, aber diese bitte nicht. Ja, eine andere ist gerade schwierig. Weil du kein anderes Angebot hast, oder? Richtig. Dann mach, dann mach das alles. Aber du musst mir allerdings nochmal rüberschicken, sorry. Okay. Man kann ja auch keine schicken. War gut. Was ist denn hier? Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht gerade. Dann nicht. Dann nicht. Wie geht das nicht? Tümtüm, macht's bei mir. Campus darf nicht auf den Hügel gebaut werden. Ist das richtig? Hm. Kann sein. Geht doch. Muss ein anderer Grund sein, warum das nicht geht. Toll. BB, was sind denn die besten Wege einer Stadt noch Housing zu geben, die du völlig in die Ebene gebaut hast, wo es nichts gibt? Achädukt. 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 Auch das nicht verfügbar. Das ist nicht verfügbar. Sie ist wirklich in freier Wildbahn errichtet worden. Von einem völlig irren Architekten. Also viel, viel später natürlich Kanalisationen bringt aber auch nur zwei Wohnraum. Dauert noch was. Dann, puh. Kornspeicher ist klar. Wohnraum durch ein Wohnviertel, aber Wohnviertel kommt auch erst viel, viel später. Ein Staudamm kann man noch bauen. Ein Staudamm. Und das sieht man leider auch erst, wenn man es versucht und nicht vorher. Geilo. Also BB, ich habe es nochmal rüber geschickt. Sehr gut. Dankeschön. Nils, mein Freund, ich habe dir etwas geschickt. Was macht das nochmal? Ein kulturellen Austausch zwischen unseren Nationen. Da boosten wir beide uns gegenseitig mit Kultur oder was? Richtig. Mit wem kann ich denn nochmal handeln? Mit dir war ich gerade. Andi, magst du mal gucken, was du an Luxusressourcen hast und ich und uns ein Angebot machen? Ja, sehr gerne. Wir haben exakt die gleichen. Dann liegen wir wahrscheinlich auch im selben Kontinent. Ja. Einer von euch hat mehr irgendwas. Oh doch. Aber ich kann gucken, also ich habe Zugang noch zu ein paar mehr. Dann können wir da Dinge tun. Ich habe ein Deal angeboten. Sehe ich mir gleich. Ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Mhm. Was ist hier los, ey? Was ist hier los? Äh? Das ist so witzig. Hä? Okay. Komm. Aber gut, Ding will Weile haben. Ach da noch. Lol. Sehr witzig. So. Also. Okay. Wie macht man eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt am besten Zeitalterpunkte? Gute Frage. Erforschen, Krieg. ...irgendwo deine Widmung ab, ne? Ja, okay. Also unabhängig von der speziellen Widmung? Also da gibt's keine Grundregel. Einmalige Einheiten erschaffen, die neu strategische Ressourcen benutzen, in der Eisenbahn zwei Städte verbinden, Bezirke bauen, die einen sehr, sehr hohen Nachbarschaftsbonus haben. Alles Mögliche. ... 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 sieg raus und das ist auch viel passiert muss man sagen also das ist nicht so dass es langweilig war jetzt wirklich weg von kultursieg schon eher mehr oder einiges wirklich zu zehn runden oder nein 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 das sind falsche angaben die diese nicht korrekt das ist das stand auch schon manchmal in nächster und hast du gewonnen und dann ist die runde vorbei und dann stand da 18 runden später das wird immer danach berechnet wie viel tourismus in der letzten runde gemacht hat okay ich check das ich habe noch nie kultursieg ich habe 43 große werke in meinen museen aber dafür ist das in zehn gemacht also ich habe am anfang auch mir gedacht der kultursieg vielleicht da spielt hat keiner großartig mit und du bist echt die ganze zeit mit mir ein paar gewesen also das kann man ja nur machen wenn man jetzt irgendwie sicher ist und das ich hatte ja immer die erfahrung man ist irgendwie nicht sicher also naja diplomatisch gut abgesichert ich finde jetzt hier ein ende für das video vielen dank dass er eingeschaltet hat bis zum nächsten mal haut rein jetzt können wir weiter absolut absolut well played muss man wirklich sagen mega geil auch an steinwallen dass du hast deine rache genommen ich hoffe deine zuschauer haben es sehr genossen jetzt können wir auch wieder die chat schauen lieber liebe steinwallen zuschauer da ihr hattet euren ihr hattet der moment oder ja oder leute die gute steinwein richtig gut gespielt also viele punkte dann am ende raus sollen wir auch halt richtig krass ja aber das war im prinzip dann auch wieder eine willkommene ablenkung weil andy hat sich komplett auch nix mehr gesagt und bram hat sich ja eigentlich auch innerlich gefreut weil er dadurch ein bisschen offenere hand wieder hatte aber ich habe ich war einfach ich war also es gibt einfach so sachen die ich auch nie verstehen werde ich habe so spät dass erst mit den aposteln gecheckt und dann auch erst ganz spät wie ich so multiplikatoren auf die glaube irgendwann war ich an dem punkt aber ich konnte keine apostel produzieren dachte mir so okay ich habe in jedem stadt diese holyzeit wieso kann ich denn nicht jede runde zumindest einen apostel machen ja und dann habe ich erst gecheckt wird für multiplikatoren über kultur und so weiterheit noch gibt und dann habe ich mir ein youtube video geguckt weil mir das erklärt also mike ist ja mal richtig ausgerastet nächste runde nächste runde und ich dachte was kann das nicht mehr schaffen das ist das ist abgefahren ich hatte einen riesen denkfehler ich dachte dass man also man braucht ja über 50 prozent in einer nation um ja um die den lied zu haben und ich dachte auch über 50 prozent was was die nation auf der karte angeht und das war der denkfehler ich dachte er braucht eine einzige nation religionssieg auf der map musst du nicht machen indem du mindestens ein anderes reich einnimmst damit überhaupt genug glauben hast die ganze missionare und so weiter zu kaufen wird bei mir im chat gefragt schönes spiel wie kann man an die back to back gewinnen lassen es ist tatsächlich ein bisschen peinlich muss man sagen weil es es war sehr mit ansage und wir haben es eigentlich auch erkannt ehrlich gesagt was was bei mir hat den ausschlag gegeben hat war der der irrsinn von wb dann mit ihm verfreundet zu sein sodass es keinen gemeinsamen angriff gegen ihn geben konnte weil hätte ich nur allein in den überlegenen an die rein rennen können während ich ja schon gesehen habe das wb sich an meiner grenze sammelt ich habe dann so dass ich kann es das einzige was ich machen kann ist dem anderen potenziell führenden vielleicht noch irgendwie zu schaden indem ich den angriff auf sepp irgendwie raus zögere deswegen dann gegen steinwallen aber mir war schon klar man müsste gegen andi eigentlich was machen aber das wäre nur mit wb gegangen in meinem fall von der position her weil ich sonst einfach nur völlig bescheuert durch dieses nadelöhr an dem berg vorbei einen stärkeren spieler hätte ich war neben andi auch und hätte was machen können aber ich war einfach zu deswegen möchte ich festhalten das spiel heute hat man eine orange gewonnen ja wirklich oh mein gott ja manchmal sind die kleinen dinge im leben die wertvollste orange der welt wer streamt denn jetzt von euch noch jemand zufälligerweise weiter nach diesem acht stunden marathon 10 minuten jetzt geht es gar ein eldenring mit freunde ja dann war ein scherz hoffentlich oder was jetzt wirklich weiter ich bin ein bisschen freude jetzt auch nämlich sechs stunden ausgeblutet aber andi du machst jetzt noch nachanalyse oder warst du bist ja immer in der sieger dann reden wir dich jetzt auch vielen lieben dank an alle teilnehmer das war wie immer awesome was ihr da abgespielt hat ebenso danke euch und jetzt sage ich noch kurz den zuschauern tschüss ich sage auch tschüss leute macht's gut so freunde das waren acht stunden civilization vielen dank fürs zusehen ich mache noch einen kurzen nachklapp nur für mich selber ich bin auch ein bisschen krank und zwischendurch war ich echt ein bisschen groggy auch deswegen habe ich eine zeit lang nicht so viel gesagt weil ich auch ein bisschen luftstand muss ich habe heute schon almost daily gemacht um game two drehe deswegen das war auch ein bisschen viel beim krank sein aber das spiel als solches jetzt mal von der entertainment ebene abgesehen wo ich mich ein bisschen zurückgehalten habe war das spiel als solches fand ich ganz gut ich war bis zum schluss im rennen es gab so ein paar sachen die blöd waren meine religion die ich zu beginn hatte habe ich mir leichtfertig klauen lassen von bram was schade ist weil ich glaube ich hatte einen guten bonus ich hatte nämlich irgendwie 20 20 prozent auf religion oder auf irgendwas pro weltwunder und ich habe dann super viele weltwunder gebaut ist gar nicht ob ich das irgendwo noch sehen kann ja hier sieht man das noch das ist der buddhismus was hatte ich denn ach so plus 20 prozent towards wonders genau all wonders provide 6 faith hatte ich ja noch und die habe ich da natürlich versäumt auszubreiten aber 20 prozent wunderproduktion und dann pro wunder noch 6 faith und ich habe weiß ich nicht wie viel weltwunder ich habe ich glaube jetzt am ende 64 punkte ich weiß nicht genau pro welt wie viel es pro weltwunder gibt vier punkte oder so jedenfalls habe ich derbe viel weltwunder gehabt und die konnte ich dann leider nicht ausspielen wie gesagt weil ich die religion versäumt hatte und habe dann gesagt okay ich gehe auf kultur ich habe noch nie auf kultur gespielt deswegen wusste ich gar nicht genau was sind die besten perks die ich mir aus dem kulturbaum hole welche karten spiele ich am besten aus wo gehe ich hin und so was sind die besten synergien aber ich habe versucht im spiel so zu schauen aufgrund dieser modifikation die hier drauf ist betta balanced game oder whatever sind ja auch ein paar sachen anders das ist jetzt nicht wie beim vanilla game und daher muss man eben ein bisschen gucken und ich war bis zum schluss eigentlich gut ganz gut dabei klar war das natürlich an die auch in religion in wissenschaft und auch in kultur ziemlich gut war und steinwein war dann auch im militär sehr gut es war nicht einfach gewesen zu gewinnen aber wir waren bis zum schluss irgendwie dran und ich hätte ein bisschen früher gucken müssen dass ich auf die killerroboter gehe die kam jetzt sehr spät ich habe mein ganzes geld gespart um am ende so viele killerroboter wie möglich auf einen schlag kaufen zu können um auch gewappnet zu sein falls jemand mich angreift und sobald ich die hatte bin ich ja auch oder ein zwei runden nachdem ich die hat oder vielleicht bin ich direkt weiß nicht mehr egal bin ich dann in den kampf rein und habe mit meinen robotern ja auch unterschied machen können aber ich war leider auch geografisch nicht in der position jetzt an die noch anzugreifen und das wäre glaube ich eh unmöglich gewesen weil man weiß ja gar nicht in welcher stadt wird jetzt das letzte projekt fertiggestellt und dann hätte ich alle städte von ihm ausradieren müssen das wäre natürlich unmöglich gewesen ohne hilfe hätten sich alle auf ihn stürzen müssen und dann hätte jemand anders gewonnen hätte steinwein gewonnen oder war also es wäre glaube ich echt schwer gewesen irgendwas zu reißen aber das war auf jeden fall mal interessant anders zu spielen habe mich auch militärisch sehr zurückgehalten bin ja sonst eigentlich immer mit dabei wenn es um krieg geht und habe da jetzt deswegen mich auch ganz gut auf mich selbst konzentrieren können und das ist echt ein unterschied ne wenn du von vornherein fürs entertainment vielleicht auch zu einem gewissen teil dann dich mit anderen leuten in gefechte stürzt dann gehen von beiden seiten die punkte runter weil man sich aufreibt miteinander und das verteidigen einfacher ist als das angreifen und in aller regel verlieren beide es sei denn man macht halt große geländegewinne dann kann man profitieren aber das geht wirklich nur gegen die deutlich schwächeren gegner so dass es auf jeden fall besser ist sich so lange wie möglich aus allem rauszuhalten das habe ich diesmal ganz gut hinbekommen und hatte deswegen auch spaß tatsächlich man macht immer spaß aber die runde heute war auch cool weil ich bis zum schluss das gefühl hatte ich war ein schlag distanz so genau dir wurde der krieg erklärt weil du platz für den ersten roboter gemacht hast weiß ich gar nicht mehr war sehr gut gemacht nur schade dass du dich nicht komplett aus kriegen raushalten konntest kriege sind für kultursiege nicht gut war aber schwierig in dem weltkrieg sich mit aus allem raushalten ja mir wurde ja der krieg erklärt weil ich eine allianz hatte mit rahmen glaube ich und dann hat sepp rahmen den krieg erklärt oder sowas und dann war ich automatisch im krieg genau war aber auch ein ganz gutes training für unsere nächste sechner runde auf rocket beans tv die ist ja nächste woche donnerstag glaube ich deswegen gut dass ich nach langer zeit noch mal wieder eine runde gezockt habe mein gehirn ist ziemlich durch gerade nach dem langen tag tatsächlich aber herzlichen dank an alle die heute dabei waren einfach nur und paar abos und rein getrudelt jager 67 noch mal als letztes vielen dank ich habe euch ja gesagt ich kann während des spiels nicht darauf eingehen weil ich den chat ausmache beziehungsweise was drüber lege dass ich euch leider nicht sehen kann meinst du das gewonnen wenn ihr bram nicht sofort die stadt weggenommen hätte der hat mir keine stadt weggenommen bram hat mir keine stadt weggenommen ich wüsste nicht welche du meinst der hat mir die religion weggenommen falls du das meinst würdest du sagen der gürtel war besser als die kontinente vom gefühl als spieler ja schon weil mit den kontinenten musst du über wasser gehen wenn du also du bist dann voneinander getrennt und wenn du irgendwo eingreifen willst musst über wasser gehen und so ich fand das jetzt ein bisschen besser als das letzte mal weil man also jeder ist auch irgendwo ein bisschen mittendrin und ich war das letzte mal komplett von allem raus und habe auch nicht gut gespielt so dass ich auch punkte technisch kein unterschied machen konnte und das letzte mal war ich dann nur noch statist jetzt dadurch dass man so mittendrin ist kriegt man auch viel mehr mit ist genau 1.700 tourismus reicht gegen ki gegner locker für den kultursieg ja aber nicht gegen die guten leute hast du den real sieg mitbekommen ja ich hatte das nebenbei an und habe mich das ab immer mal geguckt habe hier ein laptop wo ich deshalb laufen lassen und habe mich sehr geärgert ein finale dort und bayern wäre geil gewesen aber das ist jetzt wieder das ist typisch real madrid natürlich habe mich ein bisschen geärgert ehrlich gesagt naja okay ja spione habe ich kaum genutzt das stimmt natürlich hätte ich vielleicht da hätte ich ja wir hätten alle spione schicken können um seine weltraumprojekte zu sabotieren hätte glaube ich keiner so wirklich gemacht naja euch vielen dank fürs zusehen das war civilization ihr könnt gerne unter den im comments bereich unter diesem video falls es auf youtube schaut auch nicht nur feedback sondern auch tipps und tricks gerne reinschreiben das lese ich immer sehr gerne zu civilization was hätte ich besser machen können versuche mir das dann fürs nächste mal zu merken bei aller vergesslichkeit vielen dank leute macht's gut schauen auf wiedersehen